Und weniger als. Ja, safe, safe. Also vielleicht nicht Permaban, Bro, aber vielleicht sollten wir es, ähm... Vielleicht sollten wir es timeouten. Ja, okay, gut. Das Ding ist, man kann ja auch so etwas sagen wie, ich habe weniger Pimmelgröße als du. Dann wäre es fine, I guess. Aber vielleicht... Ich weiß nicht, kann man so machen, dass Zuschauer und weniger und Zuschauer und mehr, also dass diese beiden einzelnen Wörter in der Nachricht vorhanden sein müssen, damit es getimeoutet wird und die müssen nicht hintereinander stehen oder so. Ich weiß nicht, ob das geht mit Fosser, mit Fosser-Bot, aber das wäre sick. Oh ja? Oh, das wäre cool, Bro. Aber kein Stress, wenn es geht, dann geht's, wenn nicht, dann nicht. Kein Stress, so wichtig ist es nicht. Es ist nur immer eine mega unnötige Nachricht, in meiner Opinion. Okay, Boys, falls ich gerade eingeschaltet habe, was wir nicht machen, einen Minecraft... Ähm, einen Minecraft Escape Room, der extra für uns gebastelt wurde. War es ja gerade nur ein bisschen Probleme noch. Das ist safe Bullshit, oder? Ich glaube, das ist Bullshit. We love a good old permabun. Du, der Zuschauer hat weniger Pimmel als du. Ja, okay, ist auch schwierig, wenn jemand schreibt, deine Zuschauer haben einen kleinen Pimmel. Na gut, das passiert jetzt nicht so oft. Da ist ja auch nicht weniger dann drin. Deine Zuschauer haben mehr Gehirn als du. Oder deine Zuschauer haben mehr Intelligenz als du. Dafür würde man geteilt worden werden, dann. Ha, not true, Bro. Chat, ich brauche denselbe Sense wie in fucking Overwatch. Äh, in Overwatch habe ich fünf eingestellt. Was muss ich hier einstellen? Hallo, na moin. Ich bin derjenige, der jeden Tag Minecraft streamt und Minecraft optifonig installiert bekommt. Ähm, immer noch nicht? Nein, es geht nicht. Keine Ahnung, ich spiele es mit Badline. Aber es ist halt irgendwie voll kacke. Ich bekomme die ganze komische Java-Federmeldung. Ich habe jetzt Jarfix runtergeladen. Ich habe Java aktualisiert. Ich habe schon jetzt eine Menge gemacht. Äh, feels bad, man. Ich muss auch kurz meine Overwatch-Sense kalkulieren für Minecraft, damit ich mit der richtigen Sense spiele. Nicht, dass ich meinen Overwatch-Aim verkacke. Ja, normal. Das wollen wir ja nicht, wa? Das ist ein Escape-Room, ne? Jetzt keine ohne Survival-Games. Ja, 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 ja. Ja, stimmt, weil in Survival-Games braucht man echt Über-Aim. Ja, auf jeden Fall. So. Du brauchst in Minecraft-PP, brauchst du Aim. 0,17 brauch ich. Ja, der, der Konverter funktioniert wirklich fucking awesome, holy shit. Ja, ich bin froh, dass du ebenfalls auch noch deine Probleme hast. Ähm. Ah, wisss was? Real Talk, Leute, ich bin echt froh, dass ihr alles Java-Experten seid, aber bitte. Es ist egal, ich spiele jetzt mit Dings. Da muss ich mir merken, dass Dropper sind Crafty-Table. Was kriegt das hin? Muss ich auf sonst noch was achten? Alter, scheiße. Hi, bro. Ist die Server schon live? Ja. Hast du noch die alte Server-IP von meinem Netzwerk Dings eingespeichert? Nee, nee, ich hab alles neu gemacht, Bruder. Ich hab wirklich gar nichts mehr. Ich hab auch noch an, dass der so automatisch jumpt in so einen Müll. Kein Mensch braucht dieses Feature. Das ist ein Feature, was niemand haben wollte. Außer so, weiß ich nicht, so Leute, die so Singleplayer-Vanilla-Welt spätestens vielleicht. Ja, ist schon nicht so geil. Okay. Den kann ich uns schon zeigen, ne? Nein. WTF? Ist das was für ein Joke, oder? Ach, Kevin. Bitte sag ich, dass du das jetzt ernst meinst. Ich hab's gelegt. Sorry, Mann. Ist das schlimm? Ist das sehr schlimm? Hast du wirklich? Ja, ist doch nicht schlimm, oder? Wie kommst du denn da drauf? Wie? Wie kommst du da drauf, dass du das zeigen kannst? Ja, jetzt ist doch alles protected und so. Ist nicht? Oh mein Gott, Kevin, nein. Aber ja. Oh Gott, nein. Egal. Ja, scheiß drauf. Ist nicht schlimm. Mann, ich hab's nicht gelegt. Sieht aus wie Danny. Sag mal ganz schnell noch FOV. Sorry, Bro. Ganz schnell FOV noch sagen. Weiß ich nicht. Musst du halt wissen, wie viel du hast. Ich hab 77. Ja, genau. Das wollte ich wissen. Und wo stellt man das ein? Weil ich bin da zu dumm, das zu finden. Naja, wenn du die Option auffasst. Ja, aber wo da? Ich seh's nicht. Du drückst Escape. Ah, hier. Was hast du? 77. Okay. Bin ready. Ich bin fucking ready, dude. Alright. Ich hoffe, dass alles funktioniert und so weiter. Ich bin sehr, 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 sehr pumped, Basti. Ich hoffe, es wird geil. Alright. Du musst mit der Spitzhacke auf den ganz oben, auf die Nummer 1. 1.14.4. Wunder dich nicht. Das ist einfach nur die falsche Anzeige. Ja, okay, okay. Und dann sollte er, wenn dir was automatisch... Mh, hab ich ja gedrückt. Dann soll der... Ja, genau. Dann lädt er was runter und dann siehst du das und... Ich glaube, es funktioniert schon, weil ich seh hier schon den Text und so. Junge, das ist ja übergeil. Ja, nochmal. Oh, ich bin irgendwo reingelaufen. Ich hab ein Ladebildschirm. Ähm, solltest du nicht... Ah, nee, nee, Moment, er hat sich hier... Nee, 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 er hat nur die Textures runtergeladen. Alright. Hallo, Basti. Warum winkt mir der zu? Ja, weil ich das bin. Das bin ich. Und warum bin ich auf dem Laufbahn? Wo bist du denn gerade, Kevin? Neben dir. Bin noch nicht in der Lobby. Du crouchst dir neben mir? Nein. Bist du doof? Das sind zwei Bastis. Einer winkt und einer croucht die ganze Zeit. Ach so! Ich dachte... Okay, sag ich, ich wollte dich beendet. Dicker, BTF. Ey, du musst hier durchgehen. Ähm, wo durch? Da bin ich auch schon durchgegangen. Besuche den Settings-Bereich für Client- und Map-Setting. Take-Check aktiviert, blablabla. Das ist not a bite. Ich geh jetzt einfach auf Start, oder? Nein, als ob du jetzt wirklich geglaubt hast, dass das ich... Wait, what? Dicker, bist du verwirrt? Du dachtest, es wäre ein Ding? Hä? Oh mein Gott. Oh mein. Ähm... Ja, ich freu mich, Kevin. Wir beide. Wir? Ich hab jetzt schon geheim. Warum, ey? Ähm... Escape-Room. Besuche den Settings-Bereich für Client- und Map-Setting. Ja, das haben wir schon gemacht. Start-Back aktivieren. Das haben wir gemacht, oder? Also grün funktioniert, rot nicht geladen. Ja, okay, es ist geladen. Bei mir hat es funktioniert. Settings, Light-Settings. Hä, das ist voll... Dicker, das hat der voll geil gemacht, what the fuck. Ja, normal. Minecraft ist ein krankes Spiel. Okay, warte mal. Hier ist noch das Settings. Soll ich da mal reinklicken? Oh, Light-Settings. Sound-Settings. Für Light- und Sound-Settings, besuch die Räume. Für Light-Settings, geh mich mal. Hier auch mal rein. Ohl. Was denn? Taschenlampe. Ich glaube, ich muss Full-Bright komplett ausmachen, oder? Kann das sein? Ähm, ich weiß nicht, was sollen wir jetzt hier erkennen? Ich bin grad mega verwirrt, Bro. Ähm, na, eigentlich solltest du jetzt mit der Taschenlampe sehen, wie sich das Licht verändert. Oh! Ah, muss ich Full-Bright machen? Ey, du musst Full-Bright ausmachen. Junge, ey, Junge, er hat's so geil gemacht, Bro. Wenn du auf Escape gehst, ist alles ausgebürt. Ja, normal. Dann auf Options, weil Graphic steht, wenn du auf 100% langweiler. Ja, genau, geh mal auf Spooky, dann siehst du's. Du musst Spooky machen. Aber ich seh's nicht, da ändert sich bei mir nix. Hast du, ähm... Hä, warte mal. Spielst du jetzt mit Badline oder mit Optifine? Ähm, ich spiel mit Optifine. Ist es nicht? Warte mal. Ja, 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 wenn ich C hab, ist es um mich ran. Ich war 100% nicht Optifine. Ich hab nicht mal Badline oder Incident, Bro. Warte mal, Dynamic Lights, Dynamic Lights muss noch an. Äh, ah! Dann siehst du mit der Taschenlampe, wenn du näher rangehst an die Blöcke und so, ne? Das ist halt wie eine Taschenlampe. Ah, okay. Es funktioniert aber nicht so super smooth, ne? Es ist langsam so. Ne, es ist jetzt... Also bei mir ist es so... Es ist so stockend bei mir. Okay, dann hast du irgendeine andere... Warte mal, warte mal. Ja, 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 vielleicht muss ich Stuff noch einstellen irgendwie. Also ich hab Smooth Lightning Level auf 100%. Das macht noch eine Menge aus vielleicht. Oh, ich hab's auf Fast, Fancy, ah. Oh, damn! Digga, das ist krank, oder? Boah, das ist sick! Ultra gut. Okay, das ist... Warte mal, wenn ich die... Junge... Okay, das ist fucking dope. Guck dir mal bitte... Aber guck dir mal hier den Raum an. Guck mal, wenn wir den Raum so erkunden... Mach mal eine Lampe aus. Wie macht man die? Einfach weg. Ich nehme, genau. Boah, zieht das mal ein. Geh mal weit weg. Ich find das sieht so nice aus irgendwie. Ich seh deine Cosmetics mit Badline, aber ist nicht schlimm. Warte mal, ich mach Cosmetics mal aus. Man kann auch Cosmetics irgendwie ausmachen. Wie findest du mein Outfit? Oh mein Gott, sieht heftig aus. Joink. My pants now. Okay, hier ist noch eine Kiste. Sollen wir hier irgendwas drin machen? Es geht noch nicht los, ne? Das ist nur der Settingsraum hier. Genau, das ist halt... Allein, dass er so einen Bereich gemacht hat, ne? Also der... Der saß da, glaube ich, echt sehr lange dran. Also... Wie bist du hier durchgegangen? Ach, das geht automatisch. Einfach. So, was gibt's noch? Noll, wir verlieren dann auch wieder unsere Sachen. Junge, das ist ja so geil gemacht. What the fuck? Was hast du gedacht? Denkst du hier, was nur noch 15-mäßiges? Nein, nein. Ich hab schon gedacht, dass es geil wird. Aber ich hab nicht gedacht, dass ich... Das ist wirklich mit richtig Liebe gemacht hier, weißt du? Ja, normal. Dynamic Lights Fancy und Dynamic FOV Off. Dynamic FOV Off. Off, okay. Hab ich. Und der Manic Lights Fancy. Random Distance 12. Ich mach auch 12. Okay. Graphics Fabulous. Dass alle Custom Settings unter Quality eingeschaltet sind. Okay. Stell dir sicher, dass alle Custom Settings unter Quality eingeschaltet sind. Was war der mit Custom Settings? Ja, das ist eine Einstellung unter Quality. So, da siehst du, da sind ganz viele Custom Sachen. Die müssen alle an sein. Custom Colors an. Custom Items. Custom Sky. Guck mal, Kevin, du gehst auf Escape, Option, Graphics und dann Quality. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Ich glaub, ich hab alles. Ich denk, ich hab alles aktiviert. Ich auch. Sollte von Haus auch schon alles aktiviert sein, ne? Deswegen hat das nicht hingeschrieben. Ja. Ja, ja. Okay. Hi, kannst du meinen Freund Walpenis grüßen? Dann haben wir hier noch Sound-Zertags. Ja, klar, Walpenis. Danke für den... Ja, moin. Ich glaub, das sollte so nicht sein. Bist du Suffocate so in dem Wohnen? Ähm, ja. Mum. Ich hab leider keine Rechte auf dem Server, deswegen kann ich jetzt auch nichts machen. Ähm, ja, das ist jetzt unmünstig. Ähm, könnte eventuell jemand uns Rechte geben? Panko. Ach, einfach springen, okay. Huch. Was haben wir hier? Voice Speech. Okay, ja, ich drück mal grün. Wir haben uns bemüht, alle Geräusche gleich zu pegeln. So könnt ihr hier bestimmen, wie laut ihr uns während der Map hören wollt. Ähm. Hörst du das? Ja. Dicker, das ist ultra krank. What the fuck? Welche Stimme war das von wem? War das Miraculix? Ich glaube, ich weiß nicht, wie seine Stimme klingt, aber kann sein. Ah, ach so, ich verstehe. Ach so, wir können jetzt... Wetter zum Beispiel können wir jetzt lauter machen in den Einstellungen. So ist das gemeint, oder? Wir können jetzt quasi checken, wie laut wir es wollen. Ja, aber ich glaube, für mich ist es eigentlich... Kannst du mir deine Soundeinstellung geben, Broski? Dann kann ich das genauso machen, das wäre sick. Also ich habe Master auf 50. Mhm. Ähm, Musik aus, Wetter 30. Ist Musik smart, wenn wir es anlassen, ich weiß nicht. Weiß nicht, ansonsten würde es dazu stehen, glaube ich. Okay, dann mache ich es mal aus, was dann? Ähm, feindliche Mobs auf 15. Mitspieler auf 25. Voice Lines auf 100. Ja. Ähm, Special Effects auf 50. Schreibt ihr mir gerade. Ja, okay. Blöcke 30. Okay. Freundliche Mobs 25 und Ambiente habe ich auch 25. Okay, sick. Also nochmal ganz kurz, Musik aus, Wetter 100. Fahre ich die Mobs 15, Mitspieler 15, Voice Lines 100. Der Wetter habe ich 30, aber du kannst ja auch 100 lassen, aber dann ist das Gewitter echt laut, glaube ich, gerade bei dir. Boah, ich finde es ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Ich mache es auch mal auf 50, ich glaube, es ist geil. Oh ja, schön, Master ist... Oh ja, danke, Chef, danke, Chef. Good one. Ja, okay, nee, hast recht. Ey, es ist schon ein guter Vibe. Alter, warte, ich will ihn nochmal hören. Ich mache 75. Wir haben uns bemüht, alle Geräusche gleich zu pegeln. So könnt ihr hier bestimmen, wie laut ihr uns während der Map hören wollt. Hey, guys, es ist so dope, what the fuck. Okay, sick. Tja, denkt ihr, so ist nice mit dem... Ich weiß nicht, wie viel... Meinst du, es ist viel so Regen und so? Ich meine, ich kann es im Nachhinein ja noch leiser machen. Ja. Huch, Wumms. Was du machst die ganze Zeit da, Junge? Nee. Warte, ich muss nochmal eine Sache einstellen. Ähm... Ach, Dynamic FOV soll aus sein. Okay, dann... Ja, genau, genau. Das ist richtig orientierend, finde ich. Aber es wird ganz gut. All right, dann gehen wir zurück zum Mal. Ey, das zählt mich auch mega, dass ich das nicht sehe. Ja, klar, ja. Ja, bin ich so. All right, Tech-Japack aktivieren, blablabla. Okay, ich glaube, wir sind an sich ready. Dann start jetzt, dann mach du, drück du Start. Spooky Menschen sind vorbereitet. Tränen weiter auf der Druckplatte. Ah, oha. Okay, ich gehe links. Ich muss links, ne? Ey, guck mal, wir haben so Kronen auf. Holy shit. Ja, normal. Hast du gerade gefragt, ob du links musst? Ist das das erste Rätsel, woran du scheiterst? Bro, mach jetzt nicht den, Junge. All right, warte, ich mach kurz... Ich mach kurz das Wetter, doch ein bisschen leiser. Okay. All right. Du wurdest erfolgreich als Papaplatte getaggt. Bitte stehen bleiben, Bastik ergehen. Du wurdest erfolgreich als Bastik ergehen getaggt. Junge, what the fuck? Auf geht's. Okay, warte, wir fliegen jetzt hier rum. Jetzt Kamerafahrt. So. Weiter geht es mit Tipps und Tricks für Situationen, die ihr auf euch alleine gestört seid. Basics, Verhaltensvorgaben und ein paar mehr Spezialtipps. Schaut euch die einzelnen Segmente gut an. Sie könnten euch irgendwann mal eure Haut retten. Unsere Haut? Ähm, Dicker, das ist einfach zu toll. Das ist einfach ein neues Spiel. Dicker, das ist einfach... Er hat ein Spielprogrammiert, what the fuck? Okay, warte mal, was? Warum, warum, okay, ganz kurz. Warum ist es so rum, dass du mich hier tötest? Und warum bin ich kurz davor, in Lava zu fallen? Weiß es gar nicht. Ganz komisch. Das ist null realistisch, Bro. Okay, ich verstehe nicht ganz. Können wir hier auf Knöpfe drücken? Warte mal, hier wahrscheinlich, oder? Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was er will. Aber hier kann man es nur durchgehen, guck mal. Aber... So, Dropper sind Crafting Tables. Hier könnt ihr rechts sehen, wie man am besten mit geliebenden Items interagiert. Probiert es gerne einmal aus. Längst von mir sehen, was ihr auf keinen Fall machen dürft. Unsere Items vernichten. Sollte ein Story-Item zerstört werden, gibt es kein Weiterkommen mehr. Um spezielle Gegenstände zu craften, wurde global die Werkbank angepasst. Achtet darauf, dass alle Items richtig liegen. Und bevor ich es vergesse, das Ergebnis liegt ab jetzt in der Mitte. Rechts seht ihr die wohl bekannteste Methode, also zu verstecken. Durchgebahre Wände. Aber... Ach so, er redet hier drüber gerade. Ich habe gehört, dass inzwischen auch Böden nicht mehr sicher sind. Böden? Böden sind auch nicht mehr sicher. Ein kleiner Advanced-Tipp. Wichtig ist, dass ihr zusammenarbeitet. So ist die Chance höher, erfolgreich zu sein. Das ist so geil, what the fuck? So, das war's mit dem Training für heute. Wir sehen uns dann wieder in einer Woche. Ja, war ein gutes Training. Wahrscheinlich in einer Woche, wenn wir eine Woche dafür brauchen. Einen geteilten Glücksbringer. Verlier den bitte nicht. Oh, was ist das? Ich habe Young. Ich habe Yin. Young, chill, dude. Good one. Was ist denn hier? Boah, Kevin, guck dir mal das an. Stürmisches Wetter. Boah, holy shit. Meinst du, wir kommen jemals aus der Spooky Mansion wieder raus? Na, das ist schon, Dicker. Ich habe jetzt mein Zuhause. Weil ich mit dem Retag jetzt nicht ganz verstanden, was jetzt hier eigentlich klappt wird. Ey, meiste, wir müssen Yin und Yang zusammen craften? Nein, das sind unsere Glücksbringer. Achso. Okay, wo beenden wir das Tutorial? Ich glaube, dass wir hier durchgehen. Oh, ja, ja, hier rein. Und dann den Knopf drücken. Ich muss den Knopf drücken. Kannst du auch den Knopf drücken an der Tür direkt? Warte mal. Achso. Ich muss links reingehen und du rechts, oder was? Ja, dann den Knopf. Nee, komm mal hier rein. Schau mal hier wie den Knopf. Hast du sowas auch auf deiner Seite? Bei mir ist nur ein einzelner Raum. Hier ist nur ein Badezimmer. Ah, das habe ich nur Deko hier. Das ist Walle, der duscht. Walle? Wait, wait, what? Also. Eighty naked Cowboys? Naja, ich glaube, ich will hier lieber raus. Bruder, Alter. Du hast auch Brightness auf komplett down, ne? Ja, 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 genau. Ich habe es genauso wie du alles eingestellt jetzt. Okay. Also wenn du alles so gemacht hast, wie es in den Guides stand. Ja. Alright, dann. Wollen wir nach unten oder nach oben gehen? Lass mal nach oben erstmal. Das ist die Frage, ja. Warte, hier steht vier. Ich glaube, wir müssen unten vielleicht mit dem Typen noch labern oder so. Ja, I guess. Warte mal, vielleicht müssen wir auch, warte mal. Er meinte, dass im Boden irgendwas versteckt ist. Müssen wir vielleicht in Lava gehen oder so? Er wollte diese eigenen Segmente einfach nur zeigen. Er wollte nur zeigen, was eben da passieren kann. Nur das war... Ah, hier, warte. Nee, das ist nur Paper. Haben wir halt nur nicht richtig gecheckt. Es ist sehr dunkel, Leute. Das ist Absicht. Das soll so sein. Ja, ja, ja. Das soll so sein. Ähm. Ziviran, loss is fuck. Ja, lass die Treppe hochlaufen, I guess. Das wird nicht ohne Grund hier sein. Ja. Lauf du mal hoch, ich lauf runter, ja? Ich guck, was unten ist. So, ja. Mhm. Begebt euch in euer Haus, um für euch, um für den Urlaub im Miraculous Hotel vorzubereiten. Grünes Haus. Okay, dann müssen wir nach draußen. Dann runter. Okay. Okay, ja. Hier geht's raus. Krieg aber nicht so Urlaubs-Vibes, ne? Nee, same, Alter. Oh, da. Es wird sogar markiert, Bro. Oh. Das ist so sick. Kevin, wir werden nass. Ich bin müde, lass uns schlafen. Echt? Nee, eigentlich nicht. Ich gehe aktuell um 5 Uhr schlafen. Nein, du gehst jetzt schlafen. Oh, okay. Kevin, ist das unser Hotelzimmer? Junge, holy shit, Bro. Not bad. Aber warum ist der Kamin schon an? Das müssen unheimlich. Kleines Wohnzimmer. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, das ist wirklich nicht. Lässt nicht leben. Das ist eine sicke Butze hier. Scheinst du auf jeden Fall bezahlt zu haben. Okay, ey, dann ich gehe hoch schlafen, ja? Wie gehst du nicht Zähneputzen? Bro, VTF. So. Oh, Kevin, hier ist noch... Wir haben eine... Warte, was ist das hier? Eine Garage? Wir haben ja ein richtiges Ferienhaus. Haben wir Lambo? Ja. Nee, aber der ist nicht da. Wir können auch mal die Tür zumachen, es regnet, ne? Ich späle dich jetzt in die Garage ein. Okay, dann lass mal hinlegen. Ich glaube, wir müssen schlafen gehen, Bruder. Ja, ich glaube auch. Es ist schon sehr spät. Okay. Oh, guck mal, Kevin, ich glaube, du musst dahin, wo dein Name draufsteht. Nein, das ist nicht dein Name. Der ist zu Rätsel. Boah, guck mal, läuft bei dir auch mein Stream? Nein, wait, what? Aber mein Stream ist offline, also obvious. Wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich ja nicht streamen. Junge, oha! Ja, was steht da unten? Check. Oh, Kevin? Holy shit. Warum hast du so Riesenzimmer, Dicke? Du hast doch so Fernseher und Sessel. Ja, du. Oh, Kevin, ich schlafe schon. Ich glaube, ich bin im falschen Bett. Kevin, bei wem schläfst du schon wieder? Bro, ist das ein Gesicht oder sind das Hängetitten mit einem Bauchnabel? Ein Gesicht. Okay. Am nächsten Morgen. Oh, Junge, wo fahren wir hin? Wir sollten uns jetzt hier gleich erreichen. Ich habe zwar keiner, wo ihr hinwollt, wenn man mal nach draußen schaut, aber ist ja eure Sache. Junge, nee, Alter. Veto, Alter. Junge, wer sind wir eigentlich, dass wir so weit vorne sitzen im Bus? So, da wären wir. Einfach Veto Busfahrer. Junge, was ist denn das? Viel Spaß euch noch bei diesem überhaupt nicht gruselig aussehenden Ort. Ich fahr dann mal wieder zurück. Ich übernachte hier nicht freiwillig. Okay, holy shit. Toxic. So toxic, what the fuck. Einfach fucking Busfahrer. Wollen wir reingehen oder was? Ja, an sich schon. Junge, der Regen ist halt auch allein schon richtig krass, ne? Bro, das sieht sick aus. Holy shit. Check dir alle gemeinsam was sehen, ja, ne? Musst du eine Vlog-Kamera rausholen. Ja, true. Das für ein Vlog. Vielleicht sollten wir vorher klingeln. Ey, ich glaube, ich bin noch im Gamer-Modus drin, ja. Okay, ich bin auch jetzt aus dem Gamer-Modus rausgegangen, damit jetzt alles ein bisschen maus spooky ist. Wollen wir einmal klingeln? Wollen wir einfach hier reingehen? Nein, klingeln. Hier ist der Klingel. Wo, wo, wo? Hier bei dir. Oh, willkommen ihr beide. Ich hab schon auf euch gewartet. Kommt doch gerne rein. Ähm. Aufgrund der Uhrzeit werde ich euch morgen erst die Menschen zeigen. Eure Zimmer sind übrigens oben. Ach ja, solltet ihr nachts irgendwelche Geräusche hören, verlasst nicht die Zimmer. Es könnte unerwünschte Folgen haben. Ich wünsche euch einen unvergesslichen Aufenthalt. Ey, wenn das der dritte Satz ist, vom freaking Rezeptionstypen. Pass auf, jetzt ist so eine richtig shitty Minecraft Horror Map. Das ist eine richtig schlechte. So. Du hörst merkwürdige Geräusche auf dem Gang und kannst deswegen nicht schlafen. Schau nach, was los ist. Das steht bei mir auch. Quest, finde einen Weg raus. Ey, Bro, hier ist ein Diamant. Drei Stück sogar. Ey, 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 ey. Basti, Basti, Basti. Ja. Ich habe einen Diamanten gefunden. Ja. Und dann ist hier ein Bild. Der lag hier auf dem Tisch bei mir. Und dann sind hier Crafting Recipes eingemalt. Wenn du zum Beispiel bei einem Crafting Table quasi ganz rechts in der Mitte und unten in der Mitte einen Diamant dann kann man irgendwas machen wahrscheinlich. Ich habe Diamantklinge heißt es. Ja, also ich habe ich bin halt auch noch in meinem Zimmer. Oh, ich habe noch einen Diamant gefunden und drei Cockwebs. Ich habe auch Cockwebs. Sieben Stück habe ich gefunden. Okay. Ja, warte mal. Wenn ich jetzt einen Crafting Table hätte. Ich habe eine Taschenlampe mit 100% Akku. Ey, ich brauche eine ich brauche eine Crafting Table. Ja, der Dropper. Also bei mir sieht er aus wie ein Dropper. Da kannst du craften. Also ich hätte einen Crafting Table. Bei mir ist einer. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht kann ich das irgendwie zu dir durchgeben. Oh. Und du musst es craften, weißt du? Bei mir ist eine zerbrochene Leiter. Warte mal, ist das vielleicht sowas wie ein Jump'n'Run hier? Ich glaube, ich kann hier einen Jump'n'Run gerade machen bei mir. Okay. Wollen wir vielleicht einen Squatstream noch starten, weil ich glaube, das macht jetzt echt Sinn bei uns, weil wir verschiedene... Oh, ja, 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 safe. Ist ein richtig guter Call, bro. Klar, dich ein. Ja. Hub. Äh, hub. Angenommen. Okay, ist gestartet, chat. Rein da in den Squatty. Achso, momentan kann man ja auch craften. True. Weiß nicht, ob wir das nutzen dürfen, weil das ist hier nicht angezeigt. Denk... Nee, ich glaube, dann darfst du deine... Nee, glaube ich auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ich glaube, das ist gewollt, dass wir es nicht benutzen, zu wie auch noch. Ich glaube, das ist Cheat-Stuff. Ähm, ich kann mich noch mal hinlegen, das geht. Ja, also... Sieht dein Raum genauso aus wie meiner? Also, ich habe das Bett und dann gegenüber vom Bett ist sozusagen eine Toilette, dann ist... Ja, gegenüber vom Bett, ich weiß nicht, ob das eine Toilette ist bei mir. Ähm, ich glaube, dass du, dass ich dir das irgendwie rübergeben muss, weil ich habe keinen Crafting-Table, Bro. Ähm... Hast du noch irgendwelche Items? Ich habe eine Taschenlampe und 15 Cobwebs. Und das Ding ist, ich habe hier in der Wand ein kleines Loch, was ich gerade sehe. Okay, wo ist das? Oh, ich habe einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Okay, sick, 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 sick. Ähm, ich weiß nicht, guck mal an den kurzen Wänden bei dir, wenn der Raum genauso aufgebaut ist, siehst du da auch mit einer, sag ich mal, mit einer Stair ein, sozusagen, ein Loch, was ich hier... Ja, in der Scheibe. In der Scheibe ist es... Kannst du auf den Balkon gehen? Nee, ich nicht, dann haben wir verschiedene Räume. Okay, ich habe im Fenster, ich habe ein Loch drin. Wahrscheinlich muss ich dir da den, ähm, den Ding zuschicken. Ich habe auch ein Stück Plastik bekommen. Warum, Chad, macht ihr Ausrufezeichen Squat? Kann ich mit dem Schlüssel jetzt hier aufschließen, oder was? Fuck, Chad. Meine Brau... Der Schlüssel ist doch das, was ich brauche, oder? Normans... Fuckin Normans, Chad. Äh, sorry, buddy, was hast du gesagt? Kannst du es nochmal wiederholen? Also, ich habe einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt halt schon das Ziel ist, was ich habe, weil wenn ich mit dem Schlüssel zur Tür gehe, dann öffnet sie sich noch nicht. Kannst du zum Balkon gehen? Hast du eine Tür zum Balkon? Nee, ich habe keine Tür in meinem Fenster. Warum habe ich denn hier dieses Loch? Ich will jetzt nicht probieren, ob man da die Diamanten rauswerfen kann, weil, ne? Ja, das wäre so geil. Ich habe halt hier noch... Also, pass auf, ich sage dir kurz, was ich alles sehe, ja? Ja. Also, ich habe hier wie so eine Art Bücherregal. Ja. Oben drauf, also, ich habe so blaue Fackeln auch. Ich habe Cowboys gelootet und dann sehe ich hier auf meinem Tisch, da lag ein Diamant. Ja. Wenn ich den nehme, heißt der Diamantklinge. Aha. Und da steht mit einem Gegenstand, sicherlich praktisch, steht, wenn ich die überrafe. und dann habe ich hier auf so ein Bild quasi, da ist wie so ein Crafting-Table quasi gezeichnet und dann habe ich dir das ja beschrieben mit dem Diamanten. Zwei Diamanten muss man anordnen. Und dann habe ich, dann habe ich noch ein zweites Crafting-Recipe, da ist wie so eine Art kleines Schwein, was so gebogen ist unten und dann wie so drei, ich glaube Zucker oder so sind das in der Mitte. Okay. Weiß nicht genau, was das hier ist. Sieht aus wie eine Bohne oder so. Was ist das für ein Minecraft? Ist das Clay? Nee, das ist nicht Clay. Ich habe ein Stück Plastik gefunden. Also ich weiß nicht, was man mit dem Stück Plastik noch so machen kann. Wow, wow! Ich habe was gefunden, Basti! Was hast du gefunden? Ich konnte durch das Fenster luken und dann an so ein Ding ran gehen mit etwas Plastik und lässt sich bestimmt ein Key machen. Ich habe das. Ich habe Plastik. Das sind diese drei weißen Dinger, ne? Das ist das, was ich meine. Das ist das Crafting-Recipe. Also ich habe das Plastik auf jeden Fall. Wir müssen irgendwie zueinander kommen. Okay, good job, good job. Ich habe Keyform. Ja, wir müssen irgendwie zueinander kommen. Ich verstehe. Kannst du mit dem Schlüssel irgendwas aufmachen, Bro? Nee, also ich glaube, es geht nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht gehen soll oder ob es einfach nicht funktioniert oder bin ich einfach zu doof mit dem Item zu interagieren. Kevin, du bist hier rechts von mir, ne? Warte mal, ich kann hier hoch. Ich kann hier, glaube ich, einen Jump'n'Run machen. Ich habe leider keine Taschenlampe. Wo hast du die Taschenlampe her? Die war bei mir in der Kiste. Hörst du das hier? Ja, ja, du bist neben mir. Ja, okay, ich bin links von dir und du bist rechts von mir, ne? Oh, warte mal, Basti. Ja. Bringt uns das irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich die Kisten irgendwie looten kann. Du musst die Scottschule noch anmachen. Der ist an, Beuys. Ihr habt dann da unten so eine Meldung, ihr kennt das. Oh, ich habe hier... Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich kann sie hier rübernehmen. Wo, 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 wo? Guck mal, vorne links in der Ecke bei dir. Ich mach normal, ich mach mal auch. Hier. Hörst du das? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Im Boden, im Boden. Im Boden. Bro, ich habe keine Taschenlampe bekommen. Siehst du irgendwie das Licht durchscheinen? Von meiner Taschenlampe? Ah, da. Ja, 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 ja. Hier. Gib mal rein. Was willst du von mir? Das ist Plastik? Ähm, nee, nee, nee. Warte, warte, warte. Ich muss dir meinstuff geben, glaube ich. Okay. Mach nochmal auf. Es ist auf. Du kannst es selber aufmachen. Haben wir Taschenlampe in der Hand? Ich seh's sonst nicht. Du musst es hier hell machen. Okay. Siehst du die Kiste? Kannst du eine Kiste looten? Nee, ich glaube, das ist zu weit für mich. Warte. Oder, warte. Nee, ich kann nur dieses Barrel, glaube ich, öffnen. Okay, okay, mach nochmal auf. Nimm mal die Taschenlampe in die Hand, dann seh ich was. Ich werf's dir mal hier rein, ja? Mhm. Okay, ich hab dann eben geworfen, Mom. Du kannst es in das Barrel reinmachen, Kevin. Kommst du da ran? Du musst es in das Barrel reinmachen. Was für ein Barrel? Das, was ich hier öffne. Das seh ich nicht, Bruder. Ehrlich nicht? Nee, lass mal Licht an, so bitte. Guck mal, da, wo ich hinleuchte, da ist ein Barrel. Bist du sicher, dass du es nicht öffnen kannst? Du kannst auch sneaken, dann hast du eine kleinere Hitbox. Vielleicht siehst du Stun. Ich seh hier auf jeden Fall Stuff. Digga, bist du im Monitor? Ich seh da auf jeden Fall was, aber ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst. Hast du die Items wieder aufgesammelt? Mach nochmal auf, bitte. Ja, 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 hab ich. Wo ist das? Nee, nee, lass mal. Oh mein Gott. Das ist ja dicker. Mann, ich hab mein zweiten Eisjahrt verkippt, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Das ist ja nervös. Mann, das ist schon wieder alles nach Kotze. Junge, erster Raum. Mann, Digga, mein kompletter Pullover ist nass. Nein. Digga, meine Putzfrau kam heute her und hat alles durchgewischt. Was soll die denn machen? Sollte sie dich putzen jetzt, oder was? Nein, aber die hat alles durchgewischt schon. Und jetzt komm ich hierhin, Digga, und mach alles wieder im Arsch. Zwei Stunden, nachdem sie hier war. Zum Glück ist das Klopapier griffbereit. Ja, ja, aber ich wichse hier mal ein bisschen. Mann, jetzt riecht wirklich alles nach Kotze hier, Digga. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Lieber Kevin eingestank oder lieber Kotze? Okay, ist schon drückt. Ich rieche meistens sehr gut nach Tom Ford, Basti. Digga, ey, so funktioniert das nicht, ne? Du kannst nicht Parfüm auf so ne Schweißkruste raufparen. Mann, Digga, als ob ich so nie dusche. Junge, ich geh so oft duschen, Bro. Ich geh zwei bis dreimal am Tag. Bruder, da ist ne Grundreinigung, musst du auch mal. Dann musst du auch ein bisschen schrubben. Ja, Digga. Mal schön mit Lappen. Die Grundreinigung, als wäre das so ein Auto, Digga. Junge, obvies wasche ich mich, what the fuck? Ja, Bruder, ich kann auch nicht durch den Regen laufen und sagen, dass ich dann sauber bin. Basti, Sherrod vergab. Der Akku von der Lampe, ja. Kevin, boah, noch ne Weile. Shut up. Was für ein Akku von der Lampe. Ja, der hat nen Akku. Wie? Ihr macht aus. Achso, ja, du. Junge, der ganze Boden klebt, Mann. Oh mein Gott, ich bin so tilled. Ja, ich muss es nachher nochmal irgendwie drüber bischen. Nein. Okay, also Kevin. Vielleicht, also, es kann ja sein, dass du die nicht erreichen kannst. Aber ich sehe, also... Mach nochmal bitte nochmal die Taschenlampe an, so wie gerade. Ja, genau so. Beryl, ich habe es. Du hast es geöffnet. Oh mein Gott. Okay, ich leg dir alles rein, was ich habe, ja? Jemandenklinge, okay. E-Form. Mit etwas Plastik lässt sich bestimmt ein Key machen, okay. Und Cobwebs. Okay, das ist alles. Hallo? Kann ich mich mit der, ich habe hier so Falltoon, Basti, kann ich mich mit, äh, ja, das ist alles. Kann ich mich mit den Falltoon so runterdrücken, dass ich, oh mein Gott. Leuchte nochmal, leuchte nochmal. Oh, okay, so hätte man es eigentlich machen sollen. Aha, okay, okay. Ja, ich habe, mein Weg war jetzt auch nicht übel, scuffed oder so, aber... So, ich probiere mal, ähm, Keyform mit etwas Plastik lässt sich bestimmt... Chat, da wo vorhin der Eis hier ausgekippt ist, ist jetzt trocken. Das heißt, wir drehen jetzt einfach nochmal, dann haben wir wieder die trockene Seite. Aber, ähm, du meintest, dass du so Crafting-Tables hast, mit, ähm, so vorgegebenen Crafting-Rezepten. Also, ich habe, genau, ich habe zwei Rezepte, pass auf. Ich habe einmal die zwei Diamanten, die müsstest du, ähm, wollen wir es durchnummerieren? Pass auf, die erste Reihe ist quasi 1, 2, 3, die 2, 3 ist, ähm... Ja, wie ein Handy. 4, 5, 9, genau, genau. Okay, pass auf, an, äh, 6 muss eine Diamantin und 8. Mhm. Oh ja, ich habe einen Gurkenschneider. Das ist eine Diamantschere. Okay, nice, nice, nice. Gut, schon. Soll ich den jetzt, soll ich den jetzt wirklich, wozu brauchen wir einen Gurkenschneider? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und, äh, das zweite ist, auf 4, 5, 6... Warum schreibt ihr 4, 5, 9? Hä, ist das ein Dummensch? Auf, äh, 4, 5, 6, ähm, muss dieses weiße Zeug und auf 8 muss das Schwein. Was, was für weißes Zeug und was für ein Schwein? Ne, du hast doch dieses weiße Pulver, dieses, ähm, diesen Farbstoff. Diesen weißen Farbstoff, dieses Plastik oder was das ist. Du meinst grauen Farbstoff? Ja, genau. Plastik, ja, einmal habe ich das. Wir wollen es dreimal, okay, okay. Okay, ich kann mit dem Gurkenschneider, kann ich jetzt Gurken zerschneiden. Okay. Dann kriege ich eine Sea Pickle. Hast du die auch? Ne. Weißt du, was, weißt du, was eine Gurke, also, weißt du, was eine Sea Pickle ist? Ja klar, eine saure Gurke. Eine Seegurke. Nein, ist das nicht so saure Gurke? Ich glaube, das ist dasselbe, Bro, um ehrlich zu sein. Digga, kein Mensch sagt zu seinen sauren Gurken Seegurken. Ich weiß nicht, ob das hier eine Gurke bei mir ist. Gib mal rüber. Digga. Gib mal die Schere rüber. Ja. Hey, das ist, glaube ich, schon eine Saal, oder? Ja, wer bist du, Kevin, die Seegurke? Okay, aber ich kenne es jedenfalls nicht. Oh, ich google Seegurke. Digga, das ist... Ach, das sind richtige Tiere, what the fuck? Ja, normal, Digga, wenn du die isst, weiß ich nicht, weil du auch keine Ahnung, jeden Tag haben... What the fuck, das Ding sieht überwiderlich aus. Passe, zieh dir das mal rein, bitte. Wenn Kevin dir seine Seegurke zeigt. Was ist das, Junge? Doch, Commander Krieger. Commander Krieger, der will mit Motto doch tauchen, oder? Ansage an alle YouTuber, ich möchte mit euch tauchen gehen, Junge. Ja, auf dem Alter war das, glaube ich. Das ist doch Commander Krieger, Junge. Okay, ja, ich habe auch zwei Sea Pickles. Ja, dann rasier die mal ab, dann hast du auch welche. Ja, ja, genau, genau, das meine ich ja. Siehst du ein Crafting-Rezept damit? Also irgendwie was mit dem Item hat man das Sea Pickle. Mhm, warte. Ich habe einen Smoker, ja, also sowas wie so, wo wir was braten können oder so. Genau, ja, Smoker ist eigentlich für Essen braten, nur. Schneidet Gurken in viele Munden. Ah, du hast einen Komposter, du hast einen Komposter. Sorry, Metagaming, aber du hast einen Dings, da kannst du halt Seegurken reinmachen und dann kriegst du Bonnet daraus. Ah, ja, mhm, habe ich gemacht. Ah, das ist klassisch, ich kriege plassisch daraus. Oh, okay, sehr gut. Aber nur eins, ich müsste eigentlich noch, ach, ich brauche deine Gucken, dann habe ich's. Ja, ich habe dir meine Gucke gegeben. Oh mein Gott, das ist so hart, Metagaming, aber ist okay, ist okay, ist fein. Ja, du musst mir mehr beschreiben, was du hast, weil es gibt halt echt, also so ein Komposter ist halt, ne, damit kannst du sowas machen. Ja, okay, okay. Dann hätten wir uns halt vorher direkt beschreiben müssen, was bei uns im Raum ist. Äh, wir müssen noch eine Sea Pickle finden, einen brauchen wir noch. Eine Sea Pickle brauchst du noch? Ja. Oder halt was anderes, was man auch da reinmachen kann, ich weiß nicht. Dann haben wir genug Plastik, weil du hast ein Plastik. Ja. Ich geb dir schon mal mehr Plastik rüber, Bro, ich hab, ähm, dadurch hab ich quasi ein Plastik bekommen, hier. Ja. Äh, ich geb dir auch mal die Barrel rüber, weil ich, also, die, äh, sorry, den Schneider rüber, meine ich, weil ich hab, glaube ich, nicht noch eine. Wir haben die Koppups, ach, können wir die Koppups da reinmachen? Ne, glaube ich nicht. Doch, ich glaub schon, geh mal rüber. Nein, du kannst, du kannst nur pflanzliche Sachen da reinmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem geht. Ja, okay, nee, okay, okay. Aber ich wollte trotzdem getriert haben. Ja, Bro, es kann sein, dass das hier anders ist, weil, ähm, hier kommt ja auch normalerweise was anderes raus. Hier kam jetzt gerade zum Beispiel Plastik raus. Das ist ja auch nicht normal. Ja, true. True that. Ähm. Okay, warte, ich hab hier wie so'n kleines Jump'n'Run. Ich check mal, ob ich hier irgendwie was oben bin, ne? Ja, ich musste auch einen Jump'n'Run machen, um zu meinem, äh, Schlüssel zu kommen. Leute, bei aller Liebe, also ich sag jetzt nochmal das letzte Mal bezüglich der Helligkeit. Da ist doch was, oder? Ich geb dir die Taschenab, komm, ich geb dir die Taschenab, dann siehst du mehr. Ja, 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 true. Pass auf meinem Akku auf. Okay, ich check kurz ein paar andere Spots noch. Kann man den Jump hier schaffen? Ich weiß es nicht, sieht schon so aus. Also du kannst mit den Trapdoors, bei mir muss ich mit den Trapdoors halt richtig verarbeiten. Ne, 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 warte mal, warte mal, warte mal, ich bin hier zu flach. Ne, ich glaub, den kann man nicht schaffen, Chad. Guck mal, das ist ja nur einen und einen halben Block hoch, den kann man ja nicht machen. Sneak Jump? Ja, weiß ich nicht, vielleicht kannst du mit dem Schlüssel was machen von mir, aber ich glaub, dass ich, also... Kevin? Warte mal, ich schau gerade hier ganz kurz. Abbauen dürfen wir nicht, ne? Ne, das wirst du auch nicht können, aber ich kann dir mal den, ich hab dir den Schlüssel mal gegeben. Ne, okay, sprach. Äh, ja, Schlüssel ist gut. Also du kannst mit den, ähm, vielleicht mit den Trapdoors, oder? Oh, oh, warte, 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 ja, ja, ja. Okay, ich glaub, ich hab's passiv. Hey Kevin, mir wird oft gesagt, dass ich ein wenig aussehe wie du und ich hab vor etwa zwei Tagen zufällig über deinen Stream ein hübsches Mädchen kennengelernt. Das aussieht, wie sind die Omega Loot, sind jetzt zusammen people. What the fuck, dude? Oh, Basti, siehst du gut aus. Okay, was machst du gerade? Beschreib mir das. Versuch mir irgendwas zu sagen. Oh mein Gott, okay, pass auf. Ich habe, ähm, ich bin oben auf so eine, wie so eine Bibliothek raufgegangen und da war in der Ecke eine Kiste, okay, also Barrel und da hab ich, äh, drei, also jetzt insgesamt hab ich 33 Cobwebs und Sand, der einfach verschwindet, wenn ich ihn annehmen will. Und ein Wüsten-Amulett, es fühlt sich rau an. Okay. Mehr war da nicht. Wir suchen ja, im Grunde suchen wir, ist nicht wirklich Batterie, ne, du hast gelogen. Wenn du da drauf gehst, dann siehst du es. Okay, ist aber immer noch 100%. Ähm, ja, wir brauchen ein Plastik, weil, also ich weiß nicht, was für Plastik-Tipps die bei dir sind. Man braucht drei Plastiken. Nur das mit der Schere und das Plastik-Ding. Und dieses, äh, dieses Keyform-Ding, was ich dir gegeben hab, dieses Schwein. Genau, ja. Was für ein Schwein, Dicker, das ist Tinte. Das sieht aus wie ein Schwein. Also das ist schwarzer Farbstoff. Das sieht aus wie ein schwarzes Schwein. Das? Okay. Warte mal, ich kann mal nochmal gucken. Warte mal, bleibt man so, wenn man das macht? Ja, du musst halt, also wenn du ein Block tief bist und so. Denk dran, dass du, also, Sneaken macht eine Menge aus, ne? Also Sneaken macht dich halt einen halben Block kleiner. Du kannst teilweise mit einem, mit einem wehren Sneaken halt durch manche Sachen durchgehen. Naja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber ich hab hier sonst wirklich nichts mehr. Warte mal, was ist das hier? Warte mal, er meinte irgendwas, das... Hier ist halt komischerweise auch so eine Traptor. Also ich bin halt immer überlegen, ob bei mir noch was ist. Aber bei mir sieht's echt, also ich hab hier echt eigentlich alles durch. Ich wüsste nicht, wo noch... ...was sein könnte. Okay, warte mal. Also hier ist bei der Fackel, ich hab hier so blaue Fackeln, okay? Und dann drunter waren wie so Cracks, also so Risse. Ich weiß nicht, ob man die nehmen kann. Kevin, willst du mal den Schlüssel nehmen, den ich ins Barrel gepackt habe? Und damit kannst du ja mal probieren. Naja, das ist nur Deko, ne? Kevin. Ja, was? Willst du mal den Schlüssel nehmen, den ich dir ins Barrel reingelegt habe? Ja. Vielleicht kannst du damit was machen. Hm, nee, also so... ...steht noch auf dem Schlüssel, Schlüssel einfach nur. Okay, ich hab auch versucht, alle Items in den Kompostor zu machen, das geht nicht. Hm, ich hab... Okay, pass auf, die einzige Sache, die ich noch nicht gelootet habe, ja? Ich habe hier zwei Kisten. Mhm. Ja. Oh mein Gott, Basti. Okay, ich hab hier zwei Kisten und ich kann die nicht looten. Aber wenn du mir den Schlüssel gibst, kann ich sie looten. Hey. Oh mein Gott, ich hab meine eigene Taschenlampen jetzt, mehr Korbwebs und das letzte Plastik. Du siehst ja den Timer, ne? Über unsere Hotbar. Let's fucking go. All right, Broski, ich geb dir deine Taschenlampen zurück, ja? Ja, und dann gib mir mal das Plastik. So, hier. Plastik ist auch drin. Ich geb dir auch mal die Schlüssel zurück, ja? Vielleicht brauchst du hier eine. Ja, okay. Und jetzt soll ich, ähm, die drei... Genau. ...Plastikstücke und... Also sag mir mal, welche Zahlen, wo kommt was hin? Ähm, vier, fünf, sechs ist Plastik. Mhm. Und acht ist die, das Schwein. Okay, damit hab ich einen Schlüssel. Okay, haben wir jetzt beide einen quasi. Und ich bin mit meinem Schlüssel rausgekommen. Okay, kannst du meinen dann hier auch machen? Hm, weiß nicht, ob ich das möchte. Mach auf, Junge. Hm. Bitte, bitte. Na. Komm her. Shit, warum schreibt dir vier, fünf, neun? Ich versteh's nicht. Hallo, jetzt seh ich das auch mal, wie's bei dir ist. Ja, ja, ja. Boah, cool. Cool. Oder wie war das jetzt hier in der Ecke? Was konntest du hier nicht... Ah, du hast das hier bei der Half-Sip nicht gerafft. Oder wo ist die Kiste? Nein, du hast es natürlich gerafft. Was meinst du? Was ist die Kiste? Ja, ach so, dass du hier so sneaken musst und so. Alles klar. Ja, genau, genau. Und ich musste hier das Jump'n'Run hoch auf diese Dinger machen. Und da oben bei dem Cockweb, da war die Kiste. Ach so. Ja, okay. Du kannst aber bei mir rüberkommen, guck mal. Bei mir war das so. Ja, aber das ist bis jetzt schon richtig nice gemacht. No joke. Ich musste halt hier dieses Jump'n'Run machen. Ja. Und hier. Ja. Und dann war ich hier in der Ecke. Mal, siehst du, dieses ist der? Da ist auch eine Kiste. Boah, ich bin froh, dass ich... Ey, no joke. Danke, dass du die Seite hier bekommen hast. Dicke. All right, weiter geht's. Gut, Kevin, dann müssen wir mal gucken. Ey, meine Taschenlampe geht nicht. Du musst da... Doch, die geht schon. Ah, doch, doch. So, dann gucken wir mal, Kevin. Finde einen Weg in den Keller ist unsere Aufgabe. Ist auch cool gemacht, dass es da steht. Ja, finde ich auch. Hier ist die Treppe. Oh, guck mal hier, Kevin, hier ist ein Schlüssel. Ein blauer Schlüssel, komm mal her. Äh, wo bist du, Basti? Hier. Guck mal, hier ist ein blauer Schlüssel. Ich nehm den mal mit, ja. Ich nehm das hier mit? Ah, ich kann das nicht mitnehmen. Doch, ich hab's. Oh, hier ist ein Crafting-Recipe, Basti. Zwei braune Bricks. Eisen. Okay, zwei braune Bricks. Okay, wir haben hier wieder Seegurken, die wir abschneiden können, glaub ich. Äh, ja, lass mich mal... Zack. Deine Gurke. So, was haben wir hier noch? Das ist... Oh, guck mal hier. Hier ist ne Flasche drin im Komposter. Oder soll das vielleicht ein Müller einmal sein? Ups, ich war dich etwas reingelegt. Hier, deine Lampe. Was war da bitte drin? Ähm, ne, die Flasche, die hast du eingesammelt jetzt. Ne. Ach doch, doch, doch. Einfach nur Müll, Schüttler. Ja, perfekt. Ah, der Müllsammler. Lass mal noch hier in die Ecke gucken. Was ist hier so? Boah, das ist so sick gemacht. Warte mal, das hier ist dein Raum, Basti, ne? Ja. Ja, genau. Ähm, guck mal, hier in die Ecke. Was ist hier noch so los? Hier ist ein Barrel. Nichts drin. Oh, guck mal hier. Guck mal, was hier ist. Das ist fucking awesome bis jetzt. Holy shit. Ja, war das Sandamulett wieder? Dimensionsamulett. Es fühlt sich mächtig an. Tag, es ist so laut, Kevin. Es darf kein anderer mitbekommen. Okay, ähm. Dimensionsamulett. Es fühlt sich mächtig an. Äh, ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber ich hab ein Stripped Oakwood gewollt. Das war einfach nur Map. Ganz glaube. Oder ist das ein Item, was einen Namen hat? Ne, Stripped Dark Oakwood heißt es. Hallo? Oh, sag ich, wenn du das ist. Stripped Dark Oakwood heißt es einfach. Ja, okay, dann perfekt. Das soll nicht so sein. Ja, nicht schlimm, ich nimm es einfach mit. Nein, nimm mal nicht mit. Ja, wir brauchen es ja nicht. Wir benutzen es nicht. Aber einfach, dass es da nicht rumliegt, oder? Ja, okay. Es despaunt, ja. Okay. Guck mal, hier ist nochmal Müll, Kevin. Deine Aufgabe, Müll. Hier ist noch ein Komposter. Müll. Hier ist noch ein Barrel. Was ist, hier ist wie so ein kleines Jump'n'Rung? Ja. Schau mal, da oben ist irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob wir da hin müssen. Ich glaube, das ist einfach nur die nächste Etage. Ja, das sind hier Barriereblöcke. Hier sollen wir nicht lang. Ja, okay. Ja, wir suchen ja immer noch die Keller, ne? Also müssen wir die Treppe finden. Kevin, du musst mal hier in den Müll. Hier, bei mir, hier, bei mir. Nein, 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 hier, hier. Geh mal hier bitte erstmal ran. Du musst den Müll nochmal durchwühlen. Und? Hä, das geht nicht da raus? Ja, dann lass es gut sein. Dann soll es wirklich einfach nur Müll sein. Hier runter, hier runter. Ja, warte auf mich. Komm mal. Okay. Hier sind Papes. Okay, der war meint. Die können wir nicht nehmen. Oh, oh, Basti, schau. Ja. Das ist halt irgendwas zu bedeuten hier, oder? Das ist eine Schaukel, Kevin. Oder halt ein Regal. Das ist ein Sitz. Das ist eine Bank. Eine Schaukel. Wer kennt es nicht? Die gute alte Schaukel an der Wand. Und immer wenn man schaukelt, dann klatscht man gegen die Wand. Klassiker, Bruder. Wer kennt es nicht, Junge? Die gute alte Schaukel. Okay. Aber meinst du, es hat was zu bedeuten? Nee, ne? Ich glaube, es ist Deko. Deko, ja. Denk ich auch. So, was ist hier? Guck mal, hier ist eine Ohr. Okay, sollten wir uns merken. Hier steht B. B. Ich glaube, es steht für Basti. 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 Hier ist A. Für Andreas. Es könnte auch Screamer geben und so, ne? In Minecraft. Ja, ja. Minecraft ist ein spooky Game. Warte mal, wer ist er hier? Der Enderdracht. Mon, kardalju. Geht es hier lang? Kevin, guck mal, hier was... Ey, ich schaue auch, bei den Fenstern könnte es so Lücken geben, ja? Also zum Beispiel hier, da fehlte dann einfach so ne Lücke. Und ich könnte dann einfach da durch mir was mobsen. Ja. Weil ich glaube, dass jetzt hier die Räume noch nicht so entscheidend sind. Eher sowas hier. Guck mal. Oh, Kevin, was ist hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mehr sowas wie so ein... Äh, warte mal, hier liegt was. Ein Stück Papier, ein Paper. Und? Das war's, mehr nicht. Was ist das hier? Hier ist ne Leiter, Basti, oder? Ja. Hier guckt ein Buch raus, hier guckt ein Buch raus, Kevin. Wo? Hier oben. Oh! Hast du's? Nee. Warte, warte, warte. Pff. Im Allgemeinen spiel den ganzen Tag Minecraft, Junge. So fucking bad, Basti. Okay, soll ich vorlesen? Okay, Notizen. Ja, ich bin mal... Stell dir mal vor, du liest den ganzen Tag Donations vor. Verliest dich jetzt. Oh, Mann, so cringe. Das ist ja richtig cringe. Ich muss kurz meinen Pullover ausziehen. Der stinkt immer noch nach Kotze wegen dem Eisziehen. Einfach mal. Nice. Damit ich nicht schon wieder mich selbst ausschließe, schreibe ich jetzt diese Passwort-Liste. Aus Sicherheitsgründen natürlich verschlüsselt, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Haustür. Klang der Glocke. Lang, kurz... Also, ist das so ein Mause-Kot? Lang, kurz, kurz. Kurz. Lang, lang, lang. Kurz, kurz, lang. Lang, lang, kurz, lang. Wir haben eine Glocke hier, aber... Okay, warte, warte, das ist Haustür. Dann gibt's Gartentür. Gartentür-Doppelpunkt, lesen bringt Wissen, manchmal noch einige Schlüssel. Untergeschoss 1, Aufzugsschlüssel ist gleich Kellerschlüssel. Aufzugsschlüssel ist gleich Kellerschlüssel, okay. Untergeschoss 2, meine Gäste beschweren sich immer über die ganzen Spinnenweben in ihren Zimmern, wenn sie wüssten, warum ich sie nicht entferne. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich hab sie alle mitgenommen. Untergeschoss 3, aus starkem Sicherheitsrisiko werde ich diesen Code nicht vermitteln. Du kannst ja nur entweder einmal hauen oder nicht hauen. Ja, nee, nee, das ist es nicht. Ähm... Ein Basti. Gleich mit dem blauen Schlüssel. Ich hab... Oh, die Tür... Der Schlüssel ist weg. Ah, nee, ist nicht... Doch, 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 es hat sich geöffnet. Cobwebs. Noch mehr? Noch mehr Cobwebs, ich nehm auch alle mit. Im Barrel noch mehr Cobwebs. Noch mehr Cobwebs, ja. Noch mehr Cobwebs. Ich kletter mal hoch hier. Hier ist ein Altar, hier ist ein Altar, Basti. Für die Amulette, Dinger. Warte, hier ist... Liehst du das? Ja. Ähm... Verschollene Kräfte. Die Kraft der fünf Elemente wurde aufgeteilt und in Amulette gesperrt. Zusammen könnten sie unvorstellbare... Äh, unvorstellbare Kräfte dreistellen. Wasser. Dient auf Luren als Wasserspender frisch und kalt. Natur. Feuer. Lässt Blumen schneller wachsen und mehr aufblühen, als man denkt. Luft. Dimension. In Bibliotheken oder einfachen Leseecken gerne verwendet, da es das Wissen aller Welten enthält. Erde. Doch als der Avatar am meisten gebraucht wurde, verschwand er. Feuer. Versteckt. Versteckt in der Nähe bereits heiße Öfen. Achtung, Brandgefahr. Wüste. Von einem Besucher gestohlen, nicht wieder aufgetaucht. Hast du ein Amulett, was braun ist? Ich habe Dimensions-Amulett und Wüsten-Amulett. Ich packe die mal beide da rein. Okay, das geht glaube ich nicht. Rechts klinge. Oh nein, das ist despawned. Hast du es? Du hast es, ne? Du hast es im Inventar. Nein, nein, du laubert. Nein, scroll mal durch deine Hotbar. Ich glaube, das wird dir einfach nicht angezeigt. Klick mal deine Hotbar-Sachen an. Oh nein, ich habe es kaputt gemacht. Ah, ich habe es, ich habe es. Okay, safe. Okay. Ne, das funktioniert aber nicht. Danke für die gute Unterhaltung. Warte, was steht da? Also, Dimensionen haben wir schon. Wir müssen die jetzt finden, ne? Feuer. Versteckt in der Nähe bereits heißer Öfen. Was meint, bereits heißer Öfen? Das ist, glaube ich, das hat ein Ösi gemacht, ne? Was bedeutet bereits? Ist es bei... Versteckt in der Nähe bereits heißer Öfen, ne? Das heißt einfach bereits. Achso, achso, bereits. Das heißt, das Feuer-Amulett ist einfach in der Nähe von... An einem Ofen, der an ist, quasi. Ja, und wir hatten doch hier so eine Art Küche, oder? Wir hatten das Wohnzimmer am Anfang. Fällt mir jetzt gerade ein, da war was. Aber das war, glaube ich, nicht hier in dem Haus. Ja, warte, ich komme auch mal mit hoch. Ich gehe mal hier auf den Balkon, ja, Bro? Ja, mach das mal. Aber ich meine, der hätte mir das ja schon vorher mitgenommen, oder? Ja, oder vielleicht auf dem Ofen, äh, hier auf dem Balkon. Vielleicht ist hier irgendwie eine Barbecue-Ecke. Nee, ist nicht. Oh. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ah, das geht auch nicht. Nee, da ist ein Barriereblock. So, hier ist es noch versperrt, aber guck mal, da... Geht da oben ab. Jiga, da ist... Ich glaube, das sollen wir noch nicht sehen. Schnell weg da, Kevin. Ja, ich habe nichts gesehen. Und hier geht es auch nur genauso runter, oder? Ja, hier sind wir an dem Spot. Okay, dann lassen wir hier unten nochmal schauen, was wir... Also, wir suchen sowas wie... Äh, guck mal, es kann auch sein, dass wir das vielleicht erst später, ne? Vielleicht muss ja nicht sein, dass die genau die Reihenfolge ist. Ja, lass uns doch jetzt erstmal nochmal gucken, was uns die Amulette... Also, was die Amulettes jetzt uns bringen. Mhm. Die wir jetzt halt haben. Aber guck mal, ich habe jetzt, ähm... Das blaue B habe ich mit einem blauen Schlüssel aufbekommen. Dann brauchen wir für das A einen roten Schlüssel. Guck mal, hier geht es auch noch weiter, Kevin. Wo bist du, Basti? Wo bist du? Hier zwischen B und A. Okay, wo geht es da weiter? Ja, hier. Hier. Hier ist ein grünes G. Und hier können wir noch was lesen. Okay, für Gailo Family. Hier können wir noch was lesen. Ähm... Die Flora gefangen in lebenden Gelb... Oh, Basti! Ganz kurz, sorry. Ich habe Stahl gefunden. Ja, wir brauchen zwei Stück für das Crafting-Rezept. Okay, sick. Was lag hier rum? Ich habe keinen roten Schlüssel. Ich habe orange, gelb und blau. Aber guck mal, lass mich mal ganz ums Lesen. Und ihm sagst, dass er hübsch ist. Bro. Ähm... Die Flora gefangen in lebenden Gefäßern. Jedoch falsch eingesperrt in diesem Gebiet. Denn hoch steht die Sonne. Tief biegt das Meer. Die Wolken nicht zu sehen. Weit weg vom Geschehen. Oh, sorry. Ähm... Okay. Sag nochmal. Ja, lies hier selber. Du kannst das auch nochmal... So, ich glaube, das ist noch nicht... Wow, 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 wow. Das ist doch mega laut. Machst du das? Äh... Ja, ich bin hier lang gelaufen. Das ist hier irgendwas zerschollen. Also, zerhauen. Vielleicht ist da Stahl drin, wenn du das nimmst? Warte mal, das ist ja hier oben dann runtergefallen. Vielleicht hier, dass man bei dem... Ähm... Dass man bei der Scheibe rein kann oder... Äh, bei dem Bild rein kann oder so? Guck mal, okay. Wenn ganz kurz alle sagen, dass das ein roter Schlüssel sein soll. Das ist doch obvious orange. Aber wir können es gerne nochmal probieren beim A. Ah, du meinst quasi, der ist der Punkt da in dem Schlüssel drin? Ja, also der soll angeblich... Probier mal, komm mal mit. Könnte schon sein, ja. Wo bist du? Kann ja schon sein. War das vorne des A oder was? Äh... Ah, würde passen. Wie hast du es gemacht? Rechtsklick oder was? Ja, einfach rechtsklick und dann ist er... Also... Nee, geht nicht. Geh nicht. Geh mir mal. Hier, bro. Ja, das ist ja auch orange. Das ist nicht rot. Lass mal trotzdem nur, dass wir es probiert haben, bei G probieren hier. Ja, okay. Warte mal, wir haben A, B, G, ne? Ja. Oder A, G, B. Oh nein. Wir haben die A, G, B ist nicht unterschrieben. Nein. AMG, holy shit. Ich glaube, hier ist einfach nur eine Vase. Das ist auch noch Blumenerde, dass die runtergefallen ist. Ja, ja, aber Bruder, das ist doch kein Zufall. Hier ist auch irgendwas. Vielleicht sagt es uns, dass wir richtig... Bro, warte mal. Schau mal, hier ist so ein Essensraum. Was ist das hier? Eine Suppe. Meinst du, du kannst noch mal kurz hochgehen zum Altar und noch mal lesen, was da steht? Ja, ich lese dir vor. Oder wir können auch zusammen dahin gehen? Okay, oder so. Nee, das... Oh. Feuer versteckt in der Nähe bereits heißer Öfen. Achtung, Brandgefahr. Wüste von einem Besucher gestohlen, nicht wieder aufgetaucht. Sorry, sag ich nochmal. Also, warte mal. Feuer bereits... Nochmal von vorne, sorry. Feuer versteckt in der Nähe bereits heißer Öfen. Achtung, Brandgefahr. Also, das können wir uns merken. Ja. Wüste von einem Besucher gestohlen, nicht wieder aufgetaucht. Wüste haben wir, Wüste haben wir. Okay. Wüste Dimension haben wir. Wasser dient auf Fluren als Wasserspender. Frisch und kalt. Wir müssen einfach dann so ein Waschbecken oder so finden. Ja, ja, ja. Okay, mhm. Natur lässt Blumen schneller wachsen und mehr aufblühen, als man denkt. Blumen. Natur. Der Blumentopf. Vielleicht... Ja, vielleicht ist er deswegen jetzt zerballert worden, weil, ne? Vielleicht müssen wir den Topf daneben quasi so anlabern. Und Dimensionen eben in der Nähe von Bibliotheken oder Leseecken. Wait! Nein, ich habe einen Dead Bush gelootet. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Wo, 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 wo? Ich glaube, AJ, das ist Deko. Oh. Ja, das ist Deko. Ich meine, wir müssen immer noch einen Weg in den Keller finden, ne? Wollen wir vielleicht die Schlüssel mal mit dem Keller einfach ausprobieren? Aber ich meine, wo geht es denn in den Keller? Ja, gut, ist die Frage, ne? Ja, aber dass wir einfach noch nicht da hinkommen können. Guck mal nochmal mit dem Schlüssel hierher, Bro. Ähm. Weiß ich, wie ich beschreiben soll. Wo war... Komm mal mit dem Schlüssel, weil ich könnte vorhin mit dem Schlüssel die Kiste aufmachen. Schau mal, ob du mit dem Schlüssel diese Kisten hier aufmachen kannst. Ne, da? Ne, also... Guck mal, aber hier zum Beispiel, das ist ja auch heiß. Hier ist ja Lava sozusagen. Ey, Bro, du kannst die Taschenlampe auch in die Offhand machen, ne? Hab ich ja. Achso. Okay, ja, wusste ich. Also, ähm... Ne, ich glaube, hier ist nix, Bruder. Lass mal weitergehen. Ich meine, guck mal, nein, ganz kurz, hör mal zu. Weil Dimension in der Nähe von Bibliotheken, wo der halt von Leseecken sein soll. Und Feuer in der Nähe von heißen Öfen. Ich meine, das sieht halt schon auch heiß aus. Deswegen hab ich jetzt nur gerade überlegt. Ich lese nochmal, was bei mir drinsteht im Buch, ja? Ja. Also, der hat jetzt quasi hier... Warte mal, meine Kasse ist gerade wieder... Oh! Passiert was hier? Ich hab einen Blumentopf wieder hier von der Chapter runter gemacht. Ah. Ich muss doch das mit allen machen. Ja. Ey, Kevin, du hast doch ne Flasche. Ja. Kannst du da Lava abzapfen? Ne, vermute ich nicht, aber... Hm. Ich kann da was reinmachen, aber ich glaub nicht, dass es das ist, was wir machen sollen. Ja, aber du siehst doch die Textur. Guck mal. Lass das mal drin und guck dir die Textur an. Mach mal rein, das... Äh, guck mal jetzt. Oh, das ist doch gewollt, oder? Sieht so aus, aber... Das ist doch nicht random, dass das da so drin ist. Bro, du kannst nix hier anklicken und das kannst du anklicken. Als ob das... Als ob das dann mit so einer Textur... Sieht by the way sehr sexy aus. Stell's mal bitte wieder rein. Oh mein Gott, dude. Das ist safe gewollt. Ja, aber es kann auch sein, dass man das später braucht, weil es ist so ein Brewing-Stand und es ist einfach ne Flasche. Wenn es halt wirklich Müll sein soll... Ja. Ja, ja, ja. Ich nimm's damit, ich nimm's damit. Eisen hast du nur eins, ne? Eisen hab ich genau eins, ja. Also Stahl heißt es hier. Hier hoch kannst du eigentlich auch. Na, ich glaub, da ist nix... Bivo. Wo geht's denn überhaupt runter, Alter? Geht's nirgendwo runter hier? Ich glaube, dass vielleicht diese Tür dann eben nochmal später kommt. Haben wir irgendeinen Schlüssel übersehen? Weil den blauen Schlüssel haben wir ja letztens auch einfach nur auf dem Tisch gefunden. Vielleicht müssen wir nochmal mies weit zurück. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht jetzt echt darum... Hier ist ein Blumentopf noch? Ja, der ist halt auch einfach runtergefallen. Okay, ich könnte hier die Blume rausnehmen, aber das ist nicht das, was du gewollt hast, eigentlich. Oh, ich hab die... Okay, die Blume, die kann man... Also man kann die Sachen aus den Blumentöpfen da draußen nehmen. Ja, ja, das ist nicht gewollt. Ey, Dicker, irgendwie hab ich das Gefühl, hier ist was in diesem Essraum, aber hier ist nix. Ja, doch. Meinst du? Warte mal, ja. Das könnte... Jemand meint, dass ich in meiner Truhe was übersehen hab. Hier ist eine Lampe unterm Tisch, aber ich weiß, wie das Deko-Element ist. Willst du bei dir mal zurück hingehen? Vielleicht hast du wirklich bei dir irgendwie was übersehen. Okay. Dein Zimmer, maybe. Ich weiß nicht, war das eine Etage höher, wo unser Zimmer war? Warte mal, Basti, was ist das hier? Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Hier ist ein Ofen. Wo denn? Wo bist du? Weißt du nicht, warum waren wir noch nicht? Hier, 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 siehst du mich? Am Ende des Ganges, kommt man in die Mitte hier. Ja. Waren wir hier schon? Nein. Warum? Lol. Dann wird es hier in der Nähe sein. Hier sind die Karotten. Hier ist Fleisch. Hier muss das Feueramulett sein. Hier sind noch mehr viele Karotten. Ich hab ganz viel Essen, aber ich kann es nicht rausnehmen. Ich auch nicht. Ich mach es trotzdem alles weg. Guck mal hier, hier, Kevin. Hier ist, guck mal, hier die Kiste. Da hast du das zweite Stahl. Oh my God, Potchamp. Könntest du das Stahl nehmen? Ja, 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 dann müssen wir ein Krafting-Table suchen. Ja, lass noch weiter gucken. Wie sieht ein Krafting-Table aus? Ähm, halt ein Dispenser ist das dann. Okay. Ey, good fucking job, Basti. Ich geh mal hier hoch. Mhm. Oh, hier ist... Hier, komm mal mit dem Schlüssel hier. Basti, ich hab das Feueramulett gefunden. Slug hier. Sehr stark. Sehr stark. Okay, Bro, wir haben drei Amulette jetzt. Siehst du die? Ich hab die hier in der Hand. Ja. Ich glaube, dass die Schlüssel... Also, ich glaub, die Schlüssel sind halt wirklich... Das sind so... Ich glaube, es wäre auffälliger, wenn man es halt wirklich jetzt für eine Kiste braucht. Das wäre jetzt nicht einfach so eine Random-Kiste jetzt hier. Bro, hier sind drei Knöpfe. Wollen wir die mal alle gleichzeitig drücken? Geht ja nicht, wir sind zwei Leute. Naja, aber du drückst zwei. Ich drück ein. Wie soll ich denn zwei drücken? Dann dann nacheinander einfach. Achso. Kevin, das ist Deko. 100%. Lass trotzdem versuchen. Auf drei. Was? Ja, welchen soll ich... Ja, okay. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay. Ähm, ja, wir gehen in unsere Zimmer und da craften wir jetzt. Komm. Mhm, okay. Ich folge dir einfach. Warte, ich will nochmal hier gucken. Hier, guck mal, das Amulett ist Wasser. Oh mein Gott. Ich hab auch ne Wasser... Ich könnte hier ne Wasser... Bro! Hä? Ich hab ne Wasserflasche rausbekommen. Noch eine. Wir haben dir auch eine. Ich krieg keine. Die heißt auch Wasserflasche. Lack zwei. Dann müssen wir die vielleicht dann in diesen Ständer reinmachen. Ja, vielleicht. Okay, wir haben vier Amulette jetzt, Bro. Sick. Go and fucking job, Basti. Dann lass mal jetzt craften. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Wo der Crafting Table war. Also ich weiß nicht, ob das dann dafür gedacht ist. Ey, warte, kannst du kurz chillen, weil ich seh dich nicht? Okay. Bro, das wird alles so durchdacht. Ich glaub, das ist alles gewollt. Ob außer so Sachen, dass wir so Deko-Elemente rausnehmen können teilweise. Aber ansonsten ist alles durchdacht, Bro. Ich glaube, das ist schon gewollt, dass wir jetzt zurückgehen. Ticker, das ist super cool. Das kann halt locker mithalten mit diesen anderen Sachen, die wir immer machen. Ja. Ähm, drop mir mal rein. Ich glaub, es war so, ne? Ja, genau, Stahlschneider. Nimm du mal raus. Hm, hab ich gemacht. Ich krieg dir den, okay, ich will nicht alles alleine machen hier. Aber wo hatten wir die Möglichkeit, Stahl zu zerschneiden? Vielleicht Fenster, dachte ich jetzt. Fenster vielleicht? Schau mal, ob du hier ein Fenster durchschneiden kannst. Ja, mein Fenster ist ja kein Stahl, Kärin. Oder hier. Nein, niemals. Das wär super random. Schau mal hier, probier mal. Why not, probier mal einfach hier. Was hat denn... Vielleicht Tür, vielleicht kannst du eine Tür aufschneiden, ja? Vielleicht unten, dass wir B aufschneiden können jetzt. Nein, wir gucken mal, wir gehen mal runter. Oder, 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 Bro, 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 ich weiß es. Kannst du dich daran erinnern, diesen Kühlschrank da oder was das war? Das war doch so wie so eine... Ja, oh mein Gott. Wie so Metalltüren oder sowas. Aber wollen wir... Das war aber... Irgend so ein Wesen war dahinter, ne? Ja, genau, da war irgendwas drin oder so. Ja, lass mich einfach frei. Aha. Wollen wir vielleicht erst mal vorher diese... Wasserflaschen... Ähm, probieren, ja, können wir machen. Ich grad in so einer... Ist da mit was? Ne, ne, ne. Alright, Kevin, ich lass ihn frei, ja? Oder was das auch immer ist. Ja, 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 ja. Okay, ich kann nichts damit machen. Okay, gebaitet. Ähm... Vielleicht müssen wir erst mal alle Amulette finden, Bro. Was ist denn das Amulette, was uns jetzt noch fehlt, Basti? Ich glaube, das, was mit der Leseecke zu tun hat, oder? Wasser hast du, Feuer hast du auch. Äh, Erde, Erde fehlt uns noch. Erde fehlt uns noch mit den Blumentöpfen. Warte, ich lese nochmal ganz kurz. Warte mal. Ja, mach das nochmal. Sag mir nochmal ganz kurz... Hier ist doch ein Blumentopf. Hier ist auch noch einer. Ähm, lies mal noch ganz... Also, warte mal. Wir haben... Du hast jetzt Feuer, Wüste, Wasser und Natur, oder? Ich habe Feuer, Wüste, Dimension und Wasser. Dann fehlt uns Natur. Lässt Blumen schneller wachsen und mehr aufblühen, als man denkt. Ich gehe einfach davon aus, dass wir Blumentöpfe runterwerfen müssen und in einem ist es drin. Oder es gab auch eine Gartentür, dass wir in den Garten müssten. Aber es war alles im Haus. Irgendwie würde es mich wundern, wenn jetzt das letzte im Garten wäre. Außerdem wissen wir nicht, wie wir in den Garten kommen. Ja, es wäre zu... random. Hm. Ja, gut. Wir kriegen das schon hin. Ja, halten wir auf jeden Fall die Flower Pots im Auge. Ich gehe mal nach draußen und schaue, ob wir da irgendwas mit Flower Pots übersehen haben. Komposter mit Bone Meal. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil... Ja, aber... Ja, kannst du tryen. Aber das habe ich eigentlich schon versucht. Ich denke, das wäre jetzt zu random, Leute. Nur vor allem... Also ich hätte drei... Ich kriege mal die Wasserflasche. Ja. Okay, das bringt mir jetzt Glück für ein paar Minuten. Also ich hätte... Ich hätte ein Burmi. Ich habe gerade... Ich habe einfach gerade meine... Ich hätte noch drei Seegurken und die habe ich jetzt einfach mal zum Burmi gemacht. Ich muss sagen, dass es falsch ist, aber... Also man könnte vielleicht irgendwie auf eine Blume rechts klicken. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen... Ähm... Entweder müssen wir alle... Alle... Wie heißen die? Blumentöpfe runterwerfen. Oder wir müssen den einen bestimmten Blumentopf runterwerfen. Ja, es wird der eine sein. Denke ich auch. Es ist so unverschämt dunkel. Ey, aber das Ding ist halt... Ey, Basti, Basti, schau mal hier. Ich habe den Weg gefunden zum Keller. Aber er ist zu. Wo bist du? Ich bin gerade im Flur. Vielleicht siehst du mein Licht? Ich bin beim B-Eingang. Hier? Ja. Schau mal, guck mal hierher. Und dann guck mal hier links. Das ist der Kellereingang hier. Oh, safe, ne? Ja. Ähm... Guck mal mit, ganz kurz. Schöne Grüße aus dem Norden und heißen Berliner Krapfenburg. Pfandkuchen heißt die hier. Danke für die sieben und dritte, danke für die fünf. Danke für die gute Unterhaltung. Danke, Bro, für die nette Donation, Bro. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Wo, 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 wo? Hier draußen, guck mal, da draußen liegt es. Wo bist du? Du hast es gefunden. Hier. Da liegt es. Auf den Bambus. Das heißt, wir brauchen den grünen Schlüssel fürs G. Oh. Ja, warte, 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 Gartenschlüssel. Ähm. Lesen bringt Wissen, manchmal auch einige Schlüssel. Lesen. Hier lesen. Lies das hier. Die Flora gefangen in lähmenden Gefäßen, jedoch falsch eingesperrt in diesem Gebiet. Denn hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer, die Wolken nicht zu sehen, weit weg vom Geschehen. Also, wir müssen, wie wir es schon gesagt haben, Töpfe. Das sind halt die Lehmtöpfe. Die müssen runterfallen und dann kommt der Schlüssel da raus. Hier ist einer. Hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer, die Wolken nicht zu sehen, weit weg vom Geschehen. Das heißt, wir müssen einen Blumentopf, der hoch steht, nee, hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer. Die Wolken nicht zu sehen, weit weg vom Geschehen. Dort muss der Blumentopf sein, der runterfällt. Lies es mal hier ganz kurz durch, den unteren Part kennen. Dort ist der Blumentopf, der runterfallen ist. Also, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen runterschmeißen. Hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer. Die Wolken nicht zu sehen, weit weg vom Geschehen. Hoch steht die Sonne. Tief liegt das Meer. Vielleicht ist es einfach ein Bild. Weißt du, weil wir hatten ja so ein paar Bilder, die wir gesehen hatten. Ah, das ist auf einem Fall. Hier gab es ein Bild an der Wand. Und da meinte ich so, da ist irgendwas safe. Und dann, vielleicht ist da einfach ein Flowerpot. Ich bin gerade beim Kronleuchter, aber ich glaube, kannst du nichts machen. Mach weiter so, ist stark. Danke, Buddy, ich grüße deine Augen, Bro. Oh, steht die Sonne. Ich weiß nur, leider nicht mehr, war das unten oder oben? Es könnte sich auch auf die Farben beziehen, ne? Was hier? Ey, Basti, ich weiß nicht mehr, wo das war. Bei der Uhr war das, Chat. Weil du da bist, Basti, gerade. Ja, hier dann. Ja, aber... Ist hier ein Bild? Ne, also es gibt nur in der Küche, gibt es dieses Karate-Bild. Von diesem Karate-Typen. Vielleicht ist es auch hier in dem Raum. Such gerade nach dem Bild. Also da oben sind nur... Gartentür. Lesen bringt Wissen. Manchmal auch einige Schlüssel. Ja, wir wissen ja, wo der Schlüssel ist. Lesen bringt Wissen ist ja dadurch, dass wir eben... Hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer. Die Wolken nicht zu sehen, weit weg vom Geschehen. Das ist einfach die Beschreibung für das Bild, glaube ich. Hast du mal versucht, mit der Schere in die Uhr reinzugehen? Ich kann es probieren, aber ich verzweifle. Same, aber es könnte sein. Was habt ihr denn denn die ganze Zeit bei der Uhr ist doch kein Bild. Ach, hier, 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 hier ist doch das Bild. Ja, okay, und dann hier ist der Blumentopf, aber... Oh, wahrscheinlich ist meine D-Festplatte voll. Okay. Warte mal, man könnte eben zum Beispiel auch den Blumentopf hier runterfallen lassen. Ich wollte schon immer mal was zurücknehmen. Wo, wo, wo? Man könnte das hier zerschneiden, wenn jetzt hier ein Blumentopf drauf wäre, weißt du? Dann könnte ich mit dem Stahlschneider das aber abreißen. Oh, ja, 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 ja. Aber das ist doch das Bild. Hoch steht die Sonne, tief ist das Meer. Warte mal, bist du gerade, Basti, wo bist du gerade? Ja, genau das Bild beschreibt das Szenario. Das hier. Das Bild ist ja ein Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Und das Meer ist eben tief und die Wolken sind nicht mehr zu sehen. Kann man ja irgendwie durch das Bild greifen oder so? Das muss damit zu tun haben. Kannst du mal hier hinleuchten, Basti? Ja, vielleicht irgendwas hier. Ich weiß nicht, dass wir, ja, ja, dass wir die Blumen anders platzieren müssen, dass man das gewollt ist, dass man die rausnehmen kann. Und wir müssen die anders platzieren. Was steht da? Wolken war keine Sicht oder so. Aber ich meine, guck mal, hier ist ja eine Blume runtergefallen auch bei dem Bild so. Ja, ja. Dass hier nichts drin war. Vielleicht ist das ja alles jeweils immer bei einem Bild, weißt du? Also einmal müssen wir, mach den Morsekorb mit der Glocke. Nee, 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 das geht nicht, Dicker. Ich glaube, das Bomi soll ich eigentlich gar nicht haben. Das ist, ich glaube, das sollten wir erstmal ignorieren. Pass, ich könnte mir vorstellen, dass immer bei den Sachen, die da standen, also dass das quasi immer ein Bild beschreibt, jedes einzelne davon. Und bei jedem einzelnen davon ist immer ein, wie nennt man das, ein Blumentopf, den wir runterfallen lassen müssen. Und wir haben müssen, aber gut, wir müssen ja dann den hier runterfallen lassen, das geht ja nicht. Ja, aber das Ding ist halt, man könnte auch denken, die Sonne steht für gelbe Blume, das Meer für blaue Blume und die Wolken für weiße Blume. Aber das Ding ist halt, es macht mich halt richtig wuschig, dass eben alles auf diesem Bild sozusagen im Text beschrieben wird. Aber was wird denn hier alles beschrieben? Wo siehst du da alles, was du da gesagt hast, was du gerade meintest? Eigentlich, also, wir haben, die Sonne steht hoch. Ja. Das Meer ist tief. Naja, das ist jetzt schwer zu sehen hier bei mir. Und die Wolken sind nicht mehr zu sehen. Ja, also finde ich jetzt schon eine krasse Interpretation, um ehrlich zu sein, Bro. Ja, okay. Okay, warte mal, hier war das, ne? Also, Chad, wir müssen gerade nach da draußen, weil da liegt das Amulett. Das letzte, was wir brauchen. Und hier steht der Text. Die Flora gefangen in lähmenden Gefässern. Jedoch falsch eingesperrt in diesem Gebiet. Aber guck mal, hier ist ja echt, hier ist ja echt eine weiße Blume und eine blaue. Was ist, genau, hier ist nämlich eine blaue Blume, die könnte für Wasser stehen. Haben wir, warte mal, hoch steht. Hoch steht die Sonne, tief liegt das Meer. Die Wolken nicht zu sehen. Hoch steht die Sonne. Wir brauchen oben eine, die gelb ist, und unten eine, die blaue ist. Und die weiße. Hier ist die gelbe, hier ist die gelbe, hier ist die gelbe. Dann nimm die. Und mach die hier rein, hier oben rein. Ja. Und dann blau, hier ist das Meer, und jetzt ist die weiße hier. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein fucking God, let's go. Dann mach hier auf. Oh mein Gott. Good fucking job, bro. Ah, Leute, das ist so animiert, das ist so... Ja, 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 das hab ich... Das hast du vorher nicht gesehen? Nee, nee. Okay, dann nenn dir mal den Schiss, aber lass nochmal weitergucken. Okay, wir haben alle... Wir müssen jetzt zum Altar, würde ich sagen, bro. Wir haben alle fünf davon. Ja, warte. Hier ist nichts. Boah, ey, zieh dir das rein, wie ein Boss, ob das aussieht. Schau. Junge. Die sind... Junge, ich fühle mich so, als hätte ich Exodia gelootet, alter. Hast du den Glücksbringer noch, Basti? Ja. Lass uns die zusammenpacken. Komm her. E-Homes, über welchen Kompressor oder welches Interface lässt du dein Mic laufen? Du bist kleiner als drei. Oh, ja, cool. Ähm, wie kann man... Also, kann man damit interagieren? Gib mir mal alle vielleicht davon? Ab. Weiß nicht, sollte ich mal hinwerfen? Nee, also droppen wird es nicht sein, glaube ich. Ja, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht. Stand hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Die Kraft der fünf Elemente wurde aufgeteilt und in Amulette gesperrt. Zusammen könnten sie unvorstellbare Kräfte machen. Wir könnten vielleicht... Vielleicht brauchen wir eine Crafting-Recipe oder so. Wollte schon immer was zurückgeben, weil du mich seit Jahren unterhältst. Danke, Broski. Kannst du mal ZC grüßen? Nö. Und mein Kompressor ist 266XS. Ey, das sind die interessanten Sachen vorne. Das interessiert jeden. Okay, warte mal. Was ist das Nächste? Wollen wir nochmal in den Garten gehen, Basti? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da noch nicht alles gesehen haben. Ja, aber ich glaube, das war wirklich hier lang. Wo? Ja. Ich gucke nochmal hier rechts. Ich glaube, das ist halt wirklich nur dafür da, aber... Oh, oh! Der Wunder Rose. Dreist. Ja, ja, nee, ist auch nur dafür da, stimmt. Okay, warte mal, dann vielleicht ist jetzt die Kettertür offen. Ne, ne? Das ist der Lief nicht. Haustür. Klang der Glocke. Kühlschrank. Was soll da mal im Kühlschrank jetzt sein? Ja, weiß ich auch nicht, aber wir könnten trotzdem nochmal hingehen. Also... Hm, okay, warte mal. Also wir haben jetzt halt diese ganzen Elemente, ne? Jemand meint, er hat über dem Ding, ich weiß nicht über welchem Ding, aber irgendwo noch den Yin und Yang gesehen. Vielleicht bei dem Altar oder so. Können wir nochmal zum Altar gehen, Bro? Wir haben auch immer noch den Stahlschneider, yo. Ja. Vielleicht müssen wir wirklich die Glocke abschneiden und dann mit der irgendwie diese Nuance-Code machen. Ja, aber was soll denn mit dem Altar sonst gemacht werden? Na, hier ist nichts raus, hier. Im Garten auf den Blättern soll das gewesen sein. Kannst du mir nochmal zeigen, wie der Garten ist, Bro? Hier, ne? Ja. Den Blättern, für Blätter, Jungs. Ah, lol, jetzt verstehe ich's. Oh mein Gott, ich hab's. Kevin, ich hab's. Was, 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 wo, wo, wo? An den Kühlschrank. An den Kühlschrank. Ich weiß nicht, wie er wurde, war. Digga, als ob du... Du hast hier keinen Überblick. Ah, hier. Und zwar guckt man die Seite des Kühlschranks an. Da sind perfekte Aufhängungen für die Amulette. Und oben ist auch noch eins. Das sind genau fünf Stück. Ja, aber ich kann die nicht da ranpacken. Aber an sich fühle ich das, was du sagst. Weil vor allem, es passt ja zum Text, wenn er sagt, yo, es hat... Und dass es weniger die Kraft frei lässt. Ja, true. Was war denn das allererste? Soll ich's mal droppen einfach? Ne. Droppen ist keine Interaktion. Und so codest du nicht mein... Also... Ja, denk ich auch. Also... Ich meine, das geht schon mit Droppern oder so. Aber ich glaub nicht, dass es das ist. Warte, aber ich kann dir mal ganz kurz die Reihenfolge sagen, wie es im Buch steht. Als allererstes ist halt Feuer, Wüste, Wasser, Natur, Dimension. Feuer? Also Feuer müsste das erste sein. Nee, Feuer kann ich nicht. Nee. Alter, hier gibt's Windra. Holy shit, Basti. Ja. Oh, Kevin. Jo. Meinst du, das ist random, dass das hier genau fünf Lillipads in der Mitte sind? Oh, in dem Garten, meinst du? Ja, ja, das hab ich grad gelesen. Ähm... Ich hab mich nicht verlaufen und brauch nicht deine Hilfe. Ah, ne, warte. Oh, das ist schon... Ich meine, die sind nicht auf Wasser oder so. Ich lege sie mal... Ich dropp sie mal doch hin, ja? Ja, mach mal, aber... Es hätte mich auch sehr gewundert, muss ich jetzt auch sagen. Ah, Sam. Aber die liegen so verdächtig hier, ne? Okay. Ja, irgendwie strange. Vor allem, wir haben hier auch das letzte gefunden. Gut, das hätte man jetzt nicht in der Einfachung machen müssen, aber... Warte mal, vielleicht hier? Dass wir das hier irgendwie aufhängen müssen? Guck mal, vielleicht, weil das Rote hier hinten ist, das Feuer hier unten ist oder so. I don't know. Nee, ich glaub, wir interpretieren jetzt grad so viel rein. Bro, ich glaub, wir müssen das Rätsel lösen mit der Schere, um ehrlich zu sein. Warte mal ganz kurz. Ich kann hier mit dem Stahlschneider... Ich kann das hier abschneiden. Wo? Ich kann hier abbauen. Mit dem Stahlschneider. Also ich kann mit keinem Items gedrückt halten, mit dem Stahlschneider schon. Mach mal. Okay. Kannst du das hier abschneiden, die Kette? Das ist kaputt, der Stahlschneider. Ich glaub nicht, dass das gewollt war, oder? Nee. Ich hab jetzt halt einen Rosenbusch und Ironbars, aber ich glaub, das ist halt jetzt ein Deko-Alter, was man kaputt gemacht hat, oder? Ja, ich glaube auch. Können wir das gegiftet bekommen? Der ist Penn. Hast du recht auf dem Server? Nein. Das ist jetzt nicht so gut, I guess. Oder brauchen wir es vielleicht? Vielleicht ist es richtig. Ich glaube nicht, dass es dann Ironbars heißen würde. Alles hat hier einen Namen, Bruder. Deswegen denk ich auch. Am Altar waren nur vier Gitter. Ja gut, let's try. Aber am Altar waren nur vier Gitter. Da fehlt halt eine fünfte. Das sieht für mich aus, als müssten wir irgendwie was zusammen craften und dann in die Mitte legen. Oh, das ist nicht gut, Digga. Haben wir hier keine Rechte zu dem Server? Können wir nicht in Game On gehen? Nee. Aber was willst du denn jetzt auch dann dir geben? Wir wissen ja nicht, wann wir das Teil brauchen. Wir könnten halt in Creative gehen und uns das geben lassen oder so. Ansonsten müssen wir nochmal alles neu machen. Oh, das ist ungünstig. Also es ging jetzt halt einfach nur darum, Tobinio hat mitgearbeitet, ist Tobinio noch da? Also es ging ja nur darum, dass wir einen Call brauchen, ob das jetzt... Also das ist nicht gewollt gewesen, ob das jetzt... Ja, ja, denke ich auch nicht. Chat, ich denke auch nicht, dass es gewollt ist, oder? Würde mich jetzt schon wundern, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist halt einfach so eingestellt, dass man dieses Ironbar-Ding damit zerschneiden kann. Ich denke, dass wir halt an irgendeiner anderen Städte genau das hätten machen müssen, wie gerade. Ja, aber ich glaube, das kann mir... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das zulässt. Ist vielleicht inzwischen die Garagentür offen? Äh, Keller meine ich? Kellertür? Ja, das wäre ja hier um die Ecke. Die Amulette zusammen craften, die ist ja auch schon auch... Also, keine Ahnung, glaube ich. Wir haben noch den roten Schlüssel, oder? Äh, ne, orange. Oder orange. Probier doch mal hier bei A. Ja, der wird jetzt immer noch nicht gehen. Ne, es war nicht gewollt, schreibt er. Hm, hm, hm. Hm, ich glaube, ich weiß, wo du es durchschneiden musst. Kannst du dich an diese eine Tür erinnern, wo wir da so ein Ding wegschneiden mussten? Ähm, da war in der Mitte, das war links und rechts, war so ein Glas, und in der Mitte war wie so ein Block oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Warte, wo denn? Wie ich es beschreiben soll. Das war hier, da konnte man in die Mitte, warte mal, irgendwo hier. Vielleicht eine Etage drüber. Hier. Wie, verstehe man nicht, das ist doch, das ist einfach ein Fenster. Meins? Ja, was war das? Äh, hier, mein Stube ist halt abgekackt, Zeug. Dicker, holy shit, das war ja alles. Ähm, ne, das ist einfach, also ich denke, das ist einfach ein Fenster-Design. Hm, ja, kann sein. Ja, okay, es wiederholt sich, es wiederholt sich, ja, ist recht. Chad, das ist so ein Bug in meinem Mic. Okay, ja, warte mal, aber dann, ähm, ich meine, wir können jetzt nicht weitermachen ohne das Ding, auch wenn wir es finden, richtig? Ei, gell, also, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, wo wir normalerweise den jetzt bräuchten, wenn wir jetzt halt wissen, okay, yo, das Item brauchen wir halt da. Oder so, I don't know. Ich denke, to be honest, dass wir immer noch zu der Glocke müssen und die abschnippeln müssen, weil wir brauchen Glocke ja auch für dieses, was im Buch steht, weißt du? Lass doch mal zur Uhr gehen, ist die unten? Ja, ich stehe vor der. Ja, das ist dasselbe Item, was man normalerweise auch abschneiden müsste. Also, das ist auch eine Iron Bar. Oh, nein. Oh, nein. Ich schreibe aber, Tobino, der mit einer Art Map gearbeitet hat, dass ihr braucht ihn jetzt noch nett, ihr müsst noch was anderes davor machen. Okay, aber das wäre trotzdem schon mal nice über die Map. Wieso kann ich hier irgendwas machen, wenn ich den Hopper rechts klicke? Wo? Kannst du das auch machen? Wie der Trapdoor hört sich an. Achso, ich bin muted. Ja, wie der Trapdoor hört sich an. Bleib mal da stehen, bleib mal da stehen. Mach nochmal. Machst du's gerade? Ja. Okay. Okay, Bro, wir müssen irgendwas mit diesen Amuletten machen. Ja, zusammen craften. Ja, aber wie? Wo? Im Crafting Table? Einfach alle zusammenschieben? Lass doch mal zum Crafting Table gehen, lass versuchen. Würde mich jetzt irgendwie wundern, weil wir haben keine Recipe dafür gefunden, aber... Wo ist der Crafting Table, Bro? Oben, oben. Kannst du mich da hinführen? Ja. Leute, da haben wir von einem Buch aus geholt. Ja, ja, genau. In der Bücherei da hinten waren wir schon. Warte, was ist hier? Hier. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir die da einfach alle reinpacken und dann passiert was. Ja, das wäre random. Das wäre wie random as fuck, Alter. Aus Cobwebs können wir auch nichts craften. Also wir könnten halt mal versuchen, den Morse-Code an der Glocke zu probieren. Lass mal an die Glocke gehen, Bro. Das haben wir doch vorhin schon gesagt, es geht nicht. Nein, 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 das geht schon. Du kannst ja lange machen, denn die schwingt ja so weiter, weißt du. Es ist ja so, drückst du oder so, kommst du so, ding, und so ein bisschen schwingt die weiter. Vielleicht müssen wir das einfach im richtigen Moment machen, also in der richtigen Reihenfolge, weißt du, was ich meine? Sag du mal, wir machen mal so, dass du sagst und ich drücke, okay? Okay. Klang der Glocke, ja? Ja. Lang, kurz, kurz. Lass mich nochmal von vorne. Lang, kurz, kurz, kurz. Lang, lang, lang. Kurz, kurz, lang, lang, lang. Kurz, lang. Nee, Digga, das ist das niemals. Ja, wir müssen uns einfach nur OP geben und das hier abschneiden, dann haben wir es. Nein, das ist es nicht. Das hat er ja gerade geschrieben. Achso. Hä, was soll es denn sonst sein? Also, okay, warte mal, wir haben fünf Amulette, wir haben den Altar, wir haben nur so ein Ding, was verschlossen ist. Und wir haben gesagt, dass wir... Werft die Amulette auf den Altar? Das haben wir auch noch nicht probiert, ja? Können wir tryen. Wollen wir das versuchen mal? Mach einfach mal. Bro, guck doch ins Buch. Da steht doch, wie du ins Untergeschoss kommst, beziehungsweise was du tun musst. Was, gib mal nochmal das Buch, was ich dir gerade gegeben habe. Warum denn die... Was wollt ihr mit den Lillipads? Woher bekommt der Markt den Strom? Die Lillipads vielleicht als Kraft. Wo das geht über XLR-Kabel in mein Audio-Interface und mein Audio-Interface kriegt dann das Signal. So sieht kein Kraft-Detailer aus, Leute. Das gibt keinen Sinn. Freunde, falsch, ich bin nicht falsch, aber ich bin kein Tech-Support. Jungs. Äh, ja, gib mir noch mal kurz das Buch. Danke, Bro. Kevin! Nein! Basti! Ich hab's. Wo? Nein, mach du erst, du. Nee, sag du erst. Hier sind fünf Haken. Nee, sind sechs. Scheiße drauf, ja, okay. Okay. Ich lese nochmal mein Buch vor, ja. Also, wir haben Haustür, Klang der Glocke, das hast du gesehen. Dann die Gartentür, das haben wir gelöst. Untergeschoss 1, Aufzugsschlüssel ist gleich Kellerschlüssel. Also, wir suchen den Aufzug quasi. Ja, wir haben den Aufzugsschlüssel ja auch noch nicht. Gut, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Vielleicht finde ich da die Lösung. Vielleicht haben die Map-Bilder was auf meiner Toilette versteckt. Ich checke das mal kurz ab. Mach das. Vorsichtshalber. Gut, ich gehe mal ganz kurz ab. 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 Vielen Dank. 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 Was ist das denn? Es ist nichts Schlimmes, aber es ist Prävention. Okay, soll ich dir schreiben? Soll ich dir schreiben bei T-Suite? Ja, jetzt musst du. Okay, okay. Mhm. Ähm. Mhm. Warte. Richtig geheimen Talk, Bro. In nem Escape Room. Imagine, man fliegt jetzt FC Bayern gegen Holstein Kiel aus dem DFB-Pokal. Sind die oder was? Ja, ja. Ich hab dir was geschrieben mit Meterschießen. Ich versteh das mit der zweiten Nachricht. Warte mal, so auf Dings. Also so, ich versteh... Also... Also... Das ist so orkod grade. Ja. Aber es ist kurz wichtig, Chad. Oh, gut, Jungs. Weißt du was, Sven? Nein, Bro, lass halt weiter machen. Ja, alles gut. Hast du schon meine BS-Fan? Vielleicht müssen wir einfach den Escape Room schnell schaffen. Ja, ja, ja! Wir müssen den Escape Room schaffen, Chad. Sonst werdet ihr alle gebannt auf Twitch. Guck mal, ich sag dir mal ganz kurz, was mir mein Chat die ganze Zeit erklären möchte, ja? Okay. Die Lillipads sagen dir die Crafting-Reihenfolge für die Amulettes. Also, dass du halt 1, 3, 5, 7, 9 das Crafting Patterns fühlst. Ah, okay. Also, außen in der Mitte, ja, das kann gut sein. Ja, lass das tryen. Komm mal ganz kurz noch mal, komm mal noch kurz zurück. Und dass diese Blumen Elemente widerspiegeln. Ja, das hab ich auch gefühlt. Aber das hab ich schon versucht, da was ran zu machen, das ging nicht. Ja. Aber inwieweit, warte mal, inwieweit sollen das Elemente darstellen? Ja, rot, halt Feuer, aber es ist halt zu random. Nee, ist schon mega random, Alter. Aber lass das mit dem Crafting-Ding was probieren. Aber ich meine ganz kurz, wenn du hier einen, also wenn du hier einen Garten darstellen möchtest, warum nimmst du dann eben halt diese verschiedenen Sachen? Hm, not sure. Es sind halt auch genau 5 Sachen, die man hinhängen kann. Als müsstest du so bei allem das durchschneiden und das hinhängen. Auf der anderen Seite meint ihr, dass wir den jetzt auch eh nicht brauchten. Also kann das nicht richtig sein für die Amulette. Ja. Und den Morse-Code sollen wir mal übersetzen, aber hm. Ja. Aber was bringt uns das, wenn da jetzt Sex rauskommt oder so als Wort? Dann haben wir davon ja nix. Ja, irgendwie. Ja, lass mal craften. Ja, würd ich auch sagen. Ähm, ich sag dir, welche Reihenfolge die jeweiligen Elemente sind. Also 1, 3, 5, 7, 9 ist das Pattern. Ja, und woher weißt du die Reihenfolge der Elemente? Ja, wie es im Buch steht hier. Ah, okay. Wo bist du, wo bist du? Ja, du gehst zum Crafting-Tape. Also soll ich dir zeigen, wo der Crafting-Tape ist, Kevin? Hab ihn. Stark. Okay. Jetzt haben wir die Reihenfolge. Also, Feuer, Wüste. Wieso hockst du eigentlich wie so ein Goloma? Wasser, Natur. Ja, aber wie weit ist die Reihenfolge wichtig? Wollen wir wissen, wie das die Reihenfolge wichtig ist? Ich glaub nicht, dass es das ist, Basti. Ich glaub auch nicht, dass es das ist. Aber ich will es einfach nur den Zuschauer mal zeigen. Nee, 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 nee. Die Zuschauer sind blöd. Scheiß auf die Zuschauer. Sorry, aber jetzt seid ihr dumm. Schwarz. Okay. Ähm. Wieso hockst du eigentlich wie so ein Golem da, Bro? Jojo, du gelohntes Molem. Hast du die Amulette in diesem Stahlschrank? Wesen mal mit Dreckspeak mitten ins weiße Feste? Oh, oh, oh. Das ist nur der Call. Jemand meinte, dass ich bei diesem Stahlschrank mal die Amulette in sein Gesicht drücken könnte. Das hab ich noch nicht probiert. Der ist hier, ne? Oder wo war das? Hier. Okay. Das ist eigentlich gar nicht so ein dummer Call. Nein, aber das sieht so ultra danach aus, als ob das so eine Aufhängung ist für Amulette. Ja, aber auf der anderen Seite ist auch dieser Altar. Lass doch mal zum Altar gehen, Bro. Bitte. Ja, wozu soll es halt sonst den Altar geben? Guter Call, ne? Ja, ne? Der Altar, Junge. Guck mal, der ist ein Altar. Der heißt Altar. Und der ist sogar beschriftet als Altar. Und daneben ist dieses Ding, wo uns erklärt wird, wo wir alle Amulette finden. Gib mir mal die Amulette. Ja, mach ich hier, 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 hier und hier. Hier unten sind halt auch diese Hopper. Dass wir die irgendwie da reinwerfen müssen. Drück mal mit dem Hopper auf, äh, mit dem Amulett auf die Hopper. Was, was ist für dich ein Hopper? Also... Ne, das hier. Du meinst... So. Ist doch ein Hopper, oder? Ja, ja. Da passiert nichts, oder wie? Jetzt öffnen... Also... Ne, diese Tricks, aber... Ja, mhm, mhm. Aber das soll... Ahhhh... Habe nen Subgegift bekommen, Junge. Oh ja, es ist die Reihenfolge. Oh ja, es ist die Reihenfolge. Wie hast du's gemacht? Ich hab einfach Feuer geworfen, jetzt Wüste. Also doch werfen, oh mein Gott, Bro. Wasser, aber in der Reihenfolge. Ja, aber ich war trotzdem verwirrt, weil du meintest, dass es das nicht ist. Ja, ich hab dich zurückgehalten. Ja, ist okay, Bro. Wir haben's. Let's go, PogChamp. Und die mit Jo. Nice! Boom! Master Amulett, yo! Dieses Amulett strahlt eine unbeschreibliche Kraft aus, was es wohl kann. I don't know, Bro. Schnell zum Kühlschrank. Zum Freezer. Da sind unsere Ice Out Chains drin. Ähm, ich kann hier nothing do. Alright. I cannot do nothing, Bro. Dann, was haben wir? Das sah ein bisschen low aus. Danke, Bro. Warum fangen alle so auf diese Snooze-Things ab, Bruder? Ja, also, weil wir vielleicht den Keller aufbrechen damit? Weil's ne ungeheuer Kraft hat. Oh, oh ja! Basti, das ist smart as fuck. Oh mein Gott, Junge. Ich hab mich überschrocken. Oh mein Gott. Schrei doch nicht so rum, Junge. Come on, Shell. Bin dann durch. Danke. Hopp. Okay, weiter, weiter, weiter. Lass uns überlegen, was wir noch machen können. Glocke? Glocke vielleicht? Einfach probieren. Würde ich einfach mal machen. Hopp. Glocke. War ich die Tür auf A? Tür auf A? Also, irgendwie wundert es mich, dass wir das hinwerfen mussten. Vielleicht müssen wir das jetzt auch irgendwo hinwerfen, weißt du? Ich geh mal nach hier oben. Ähm. Wir hätten auch noch den Brew Stand ansonsten. Wir hätten auch diesen versperrten Raum, oder sollen wir noch nichts machen, glaube ich. Versperrten Raum, was meinst du genau damit? Na ja, da oben, wo der Endcrystal war. Oh, ja, ja, ja. Nee, glaub ich auch nicht, dass wir das machen müssen. Ähm. Ich hab meine Taschenlampe verloren. Oh, no. Epic Fail, Bruder. Wollte WDF mit Max? Vielleicht, ja. Vielleicht. Boah, scheiße. Okay, warte. Ich bin auf jeden Fall da, wo das... Wo war ich? Ich hab den Notenblock nicht einmal mitbekommen. Wo ist der? Äh, hier oben. Das sind einfach nur Kisten. Das ist nur Deko. Boah. Kevin, hast du eine zweite Taschenlampe? Nee, sorry, buddy. Wieso hast du nur keiner? Wo hast du die denn verloren? Die verdient man doch nicht einfach so. Weißt du, wo der Enderdrache ist? Äh, ja, warum? Okay, warte, ich kann es mir rausnehmen. Glaub ich. Hab sie. Oh, Puchjump. Nice, good job. Guck mal, wo sie ist. Ah, okay, okay. I see. Aber du hast sie jetzt wieder, ne? Ja, ich hab sie mir rausgenommen. Okay, nice. Was? Ähm. Wo könnten wir das Amulett benutzen, Dicker? Ich bin super lost. Ja, jetzt so ne... Also hier, du meinst... Also, ne? Das hier. Bei den Notenblocken, wo du grad... Blocks, wo du grad was. Aber das ist noch zu früh. Ich glaube da... Junge, Junge, Junge. What the fuck. Ähm... Okay, hast du nichts gesehen, ja? Okay, warte mal. Vielleicht bauen wir es später. Vielleicht ist es nichts dafür jetzt und wir schießen uns grad mega darauf fest. Es stand... Okay, nochmal ganz kurz, dass du es gehört hast. Da stand... Aufzugsschlüssel ist gleich Kellerschlüssel. Vielleicht ist dieser Freezer ein Aufzug. Wäre jetzt sowas, was mir in den Kopf gefrommen ist. Wir könnten auch nochmal in den Garten gehen. Wo wir waren. Mhm. Hier wurde geschrieben im Garten beim Teich. Könnte sein. Why not? Ich weiß nicht, wo der ist. Hier lang. Congrats, Bro. Congrats, Dude. Danke, Brodi. Ey, das ist hier abgeschlossen und fertig. Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Also, das würde mich wundern. Niemals. Also... Nene, es hat auch immer Sounds gemacht. Ich wollte es trotzdem versuchen. Naja, aufgehen. Vorsichtssalber. Ich gucke nochmal, was hier war, Bro. Weil hier war ich... Weiß ich nicht mehr genau. Warte mal, hier der S-Table, Bro. Da waren wir... Also an dem S-Titsch. Ja, aber... Dieses Amulett strahlt eine unbeschreibliche Kraft aus. Was es wohl kann? Also... In my opinion... ...ist es was für später. Meinst du, vielleicht steht A für Aufzug? Hm... Könnte, I guess. Amulett... Amulett... Amulett in den Brauchstand. Ne, surrender. Aber da drin sieht es mir nicht aus wie... Ja... Vielleicht den Trank trinken. Ich trink dir mal. Prost. Ne, ich glaube, das ist einfach nur just so fun. Wir können versuchen, ähm... Ja, die Notenblöcke... Ne, das hat nichts damit zu tun. Ah, Bro, ich check's gerade nicht mehr. Das Amulett durchs Bild zu werfen. Oh ja, jemand meint, ich sollte das Amulett versuchen, durch ein Bild zu werfen. Aber das wäre auch zu random, dicker, dass man da auch... Nein, nein, nein. Das ist zu random. Wir können die leeren Tränke mal in den Brauchstand machen. Und dann das Amulett oben rein. Und dann trinken wir das Amulett. Ja, und dann? Dann, äh... I don't know. Wir sollten's probieren, oder? Hm... Ja, so. Vielleicht macht das jetzt irgendwie den Jumbo-Juice rein. Vielleicht kriegen wir drei Jigge-Jigge-Jackson. Guck mal eins auf. Vielleicht die Tür hier aufmachen. Mhm. Das ist die Eigens-Tür. Hierfür brauchen wir die Glocke. Wo bist du denn, Bruder? Seht ich nie mehr? Ja. Niemals. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Trang machen müssen, oder? Nee, würde mich auch wundern. Ich gucke einfach mal, ob ich das Amulett oben reinmachen kann. Ja, kannst du's safe einlegen, aber... Nee, 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 geht nicht. Was für Zeichen, paar Paar-Points, für kostenlose Poins, für die nächste... Hm... Vielleicht hätten wir die Schere... Also, die Glocke... Oh, ich meinte... Oh, jemand hat... Sorry, jemand hat einen guten Call gemacht. Lass mal in den Raum gehen mit den Öfen. Ich weiß nicht, wo der war, aber... Hier, ne? Nee. Hm, und jetzt? Ja, halt, dass man irgendwas jetzt hier aktivieren muss, oder so, aber... Also, vielleicht müssen wir die Glocke halt eben abschneiden... Und da das Amulett dranhängen. Hm... Ja, könnte sein so was. Find ein... Also, guck mal... Guck mal, guck mal. Wir suchen immer noch den Weg in den Keller, ja? Ja. Okay, wir haben jetzt ein Amulett gefunden. So, dann haben wir die Information, dass die... Der Aufzugsschlüssel ist der Kellerschlüssel. Meinst du, dieser Freezer, wo wir dachten, dass es ein Kühlschrank ist, der Aufzug einfach? Würdest du doch keinen Aufzug darstellen. Nee, eigentlich nicht, ne? Guck mal hier, also... Das ist, glaube ich, einfach für später. Damn, das ist tough gerade. Ja, Tür A, Aufzug, ergibt auch, finde ich, am meisten Sinn. Mhm. Weil G war Garten... Das hat alles eine Bedeutung. G war Garten, B war... Weiß ich nicht, was war B nochmal? Was war hier nochmal? B war... Irgendwie, vielleicht, äh, irgendwas mit Altar. Äh... Besenkammer. Und... Wir haben immer noch den roten Schüssel, oder? Den orangenen. Probier den nochmal hier. Dicker, er wird immer noch nicht gehen. Was ist... Wenn du den Schlüssel bei der Tür zum Keller probieren musst? Was soll ich denn da reinstecken? Einfach da mal in die Wand klicken. Ja, niemals. Dicker, ich check's nicht. Wir sind so stuck, ja. Okay, warte mal. Es wurde am Anfang auch gesagt, man kann durch Böden durchfallen. Und durch... Und man kann durch Bilder gehen. Ja. Schau mal, meinst du, man kann hier irgendwo durch? Ja, das habe ich schon getestet vorhin. Okay. Amulett in den Altar werfen. Und dann? Oh ja, das fühle ich, das fühle ich aber. Lass das tryen. Das haben wir noch nicht getried. Das ist echt ein guter Call. Probiere es mal mit dem Löwe in deinem Inventar. Geht das vor LLT? Nee. Nee, 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 nee. Den Hebel, den ich hab, den sollte ich eigentlich gar nicht haben. Amulett in den Drachenkopf. Ja, nee, dann ist das nachher nur da wieder verbuggt. Ja, glaub ich auch. Der rote Teppich ist an einer Tischstelle tiefer. Das ist aber Design, das gibt's mehrmals. Ja, das ist wenig scheins. Das habe ich schon gesehen, ja. Das ist, weil da Schilder sind. Ja. Nice. Nice. Frag mich, Bro. Frag mich, Bro, dass du eine neue Woche gefunden hast. Digi, PopChamp. Kannst du mit dem Schlüssel den Kühlschrank aufmachen? Hast du das getried? Hm, warte. Ich meine, ich denke nicht, die Schlüssel waren immer für Türen, als ob die jetzt für so einen Kühlschrank sind. Nee, also der macht nichts. Dürfen wir einen kleinen Tipp geben? Nee, wieso, woher wollt ihr das denn wissen? Also, woher wisst ihr das denn? Hast du mal hier hinten nachgeguckt? Ja, wir wollen keinen Tipp eigentlich. Eigentlich würde ich auch ungern einen Tipp nehmen, ja. Ja, ja, ja. Wir haben es mit Fußball gelesen. FC Bayern, ein Omega-Cringe einfach. Cringe, wenn man verliert im Fußball einfach. Man muss als beste Mannschaft immer alles gewinnen. Man hat Papier, braucht den Fletching-Table. Du kannst mit einem Fletching-Table und Papier nichts machen. Oh, ich glaube, ich weiß, was der, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube, die wollen, dass wir uns was zu essen bestellen. Und das jetzt essen. Ja, ich glaube, wir müssen erst unseren Real-Life-Hunger fixen, bevor wir weiterkommen. Oh mein, als ob du dir jetzt heute zum dritten Mal was bestellst. Nein, aber nur zum dritten Mal. Hä? Zum zweiten Mal. Du hast vorhin gesagt, dass du jeden Tag zweimal bestellst. Ja, und das ist das zweite Mal dann. Dacht, du hast schon? Nee, nee, nee. Ich esse aktuell immer nur zwei Mahlzeiten, Bro. Ich weiß nicht, ich frischstücke aktuell nicht. Manchmal esse ich auch nur eine Mahlzeit am Tag. Es ist ein bisschen abgefuckt gerade. Ah, krass, du hast mir gerade vorbei. Danke, Bro. Ähm, nee, aber... Jo, da war ein Block in der Wand bei den Endkristallen, der mit den Farben vom Amulett geleuchtet hat. Kevin? Nein, was? Mal kurz her. Wohin? Hier hinter dir? Ähm, jetzt mal nur als Frage, weil wir ja die ganze Zeit denken, das ist der Kellereingang. Was ist das dann hier? Auch der Kellereingang? Nein, es gibt mehrere. Aha. Gib mir nochmal kurz das Amulett, Bruder. Kannst du es dir wie so Drip anhängen oder so? Nee, aber es sieht aus wie Google Chrome. Nee, wir brauchen keinen Tipp. Bitch, mach was, wenn du so viel Kraft hast, Junge. Du willst mir sagen, wir haben einen Master Amulett und die Scheiße können uns die Scheiß-Holztür da nicht abbauen oder was? Bruder, die baue ich dir in 10 Minuten Vanilla-Minecraft ab, what the fuck? Scheiß Amulett, Junge, der soll sich löschen gehen, Alter. Jetzt kommt der Frust. Ja, jetzt bin ich sauer. Ich schmeiß das Amulett-TC über den Sound. Ey, nein. Ich glaube, das geht nicht mal, weil ich glaube, das würde dann zurückkommen. Boah, ach so, ey, warte mal, ich glaube, ich habe einen Common, wie ich mir den Starschneider zurückgeben kann. Oh ja, mach das. Nee, das ist er nicht. Also, es ist halt die falsche Textur, I guess. Schau mal, ob du damit trotzdem das hier abbauen kannst, was du hier vorne abgebaut hast. Dann können wir den einfach einmal usen, weil du konntest den ja genau einmal usen. Ja, okay, okay. Sick, 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 sick. Okay, nice. Ey, good fucking job, Basti. Dann benutzt du die aber auch wirklich nur einmal, ja? Für Einleitung? Ja, natürlich. Okay. Ich probiere mal mit der Glocke. Sick, sick, sick. Das ist good shit, Bro. Das ist good shit, Basti. Das ist einfach die zweite Meta-Ebene vom Escape Room. Wir haben was verloren und müssen selber jetzt auch noch mitdenken. Ja, aber du kannst das hier nicht machen, weil das ist ein Iron Fence gewesen. Und das ist jetzt Iron Bar, kann ich sagen, das ist jetzt hier eine Kette. Guck mal, das wird sicher wie eine Uhr. Digger, die ganze Dröhnung. Ja, ja, ja. Ha, 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 ha. Junge, 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 Junge. Ähm. Okay, warte mal, wir haben ein Amulett geklappt. Ich glaube, to be honest, wir müssen das Amulett unten erst benutzen. Achso, übrigens, ich glaube, guck mal hier in diese Trichter rein. Aber ich glaube, dass die Textur einfach später noch kommt. Oh, oh. Jetzt voll, wir schreiben halt Leute, yo, gib mal da den Code ein. Du kannst ja da links nichts eintippen. Also du kannst ja jetzt nicht auf diese Zahlen klicken, weißt du. Ja, ich glaube auch. Übersetzt den Morse-Code. Leute, also, keine Ahnung, willst du den Morse-Code übersetzen? Im Boot steht was mit Netzen. Ja, wir haben viele. Pass auf, pass auf, ich lese nochmal, okay. Klang der Glocke. Achso, schau mal, ob du die Glocke abschneiden kannst. Das wollen wir machen. Hab ich doch gemacht, hab ich dir schon erzählt. Das geht nicht. Weil ich Iron-Bars durchschneiden kann, aber keine Chain. Okay, 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 okay. Vielleicht öffnet sich irgendwo eine Tür, während man die Glocke auslöst. Das würde man hören, glaube ich. Aber das wäre auch zu random einfach. Wir haben, okay, warte mal, lass doch mal kurz lesen. Lesen bringt Wissen manchmal auch einige Schüssel. Das haben wir gelöst. Das wir gelesen haben, hier bei der Gartentür und dann hatten wir die Schlüssel. So, dann Untergeschoss 1. Aufzugsschlüssel ist gleich Kellerschlüssel. Wo ist der Aufzug? Was ist der Aufzug? Ich denke A. A für Aufzug? Ja, denke. Bro, wo genau ist ein A? Vielleicht ist ein Bild ein 1x1 und da musst du das... Hier. Wo, was? Findest du diese Map so krank kompliziert? Ja, ja, ja. Hier. Das sieht da drin nicht aus wie ein Aufzug, oder? Ja, aber das ist der Anhaltspunkt, den man halt momentan hat. Fika, Leute, übertreibt ein bisschen. Was wollt... Also, was meint ihr? Was soll denn mit Kevins Zimmer sein? Schreiben Sie das bei dir auch welche? Was denn? Achso, in mein erstes Zimmer sollen wir gehen. Vielleicht mal. Da waren wir noch lange. Ja. Da waren wir noch nicht mehr. Warte mal, ich könnte den Kronleuchter abschneiden. Ich meine, try it. Dann ist der Stahlschneider wieder weg. Dann gebe ich mir nochmal, oder was? Ja, mach das dann einfach. Okay. Mhm. Hab ihn. Forsten CD. Warte. Guck mal hier, nochmal ein auf so. Fliegst du gerade, Basti? Nein. Bin hochgesprungen und nicht gefallen. Wow, holy shit. Du warst stuck in der Luft. Ja, aber als ob wir jetzt in dein Zimmer zurück müssen und da was machen. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht... Ah, I don't know. So. Vielleicht müssen wir im Real Life in mein Zimmer. Ui, Basti, was ist das hier? Komm mal her. Wo bist du? Das sind Looms. Das sind Looms. Okay. Das sind Blöcke, mit denen du Banner färben kannst. Das haben wir nur Deko, meinst du? Yes. Ja, mit dem Atzen musst du halt irgendwas machen. Also bei aller Liebe. Neid den Kühlschrank. Ah, Bro. Kann man das Amulett durch den Schitz bei dem Typen werfen? Nee, nee. Gehen wir nochmal kurz? Warte. Oder schau mal, ob du es genau durchhitten kannst? Alter. Oh, nice try, wa? Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir es so durch Kobe müssen. Nein, niemals. Also. Die Glocke ist selber abbauen. Nicht die Kette. Gehen wir zu den Endkristallen und springen dann hinten an der Wand. In, ist der Block, der geblinkt hat. In den Farben vom Amulett. Ja. Versuch mal mit dem Lacktrank. Nee, das muss das auch nicht sein, Bro. Kommen wir gerade aus der Spätschicht. Was geht, Bro? Ich weiß nicht, wie lange ich streamen heute. Ja, wir müssen hier noch nichts machen. Zeig nochmal den Code. Ja, schau mal, wenn du das hier dann machst, dann endet das hier so die Farben. Ja, aber das ist Minecraft. Das ist, also, so sehen halt die Noten aus. Ich werde wahrscheinlich nicht den Gugenschneider benutzen müssen, Leute. Der Gugenschneider. Weißt du, wenn wir das hier irgendwie hinlegen müssen oder so? Ja, aber Kevin, so jetzt von unserer Logik her, die wir in Escape Rooms gesammelt haben, als ob es jetzt hier weiter geht. Es geht hier noch nicht weiter. Nee, nee, fühle ich auf jeden Fall auch. Okay, lass doch mal kurz, lass doch noch kurz überlegen. Also, wir müssen unbedingt in den Keller. Alle Schlüssel zusammen im Alter. Nee, der Altar ist fertig, das ist abgeschlüsselt. Den Altar haben wir fertig, da können wir nichts mehr machen. So, niemals müssen wir da die Schlüssel reinwerfen, das ist viel zu random. Kannst du den Trank durch die Küche werfen? Nee. Der Trank war auch nur Deko, Bro. Ja, du musst dich da durchwerfen und so. Hier ist der Altar. Jemand meint vielleicht irgendwas mit der Schwarzen Rose im Garten, wäre aber auch zu random einfach. Das ist zu random alles, Freunde. Der Garten ist fertig. Der Garten ist fertig, 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 fertig. Seid ihr mal auf der anderen Seite von den Endcrystals hoch? Haben wir das schon mal gemacht? Ähm, aber... Leute, ihr schreibt voll viele Sachen, die einfach schon jetzt anledigt sind. So funktioniert in der Escape Room nicht. Du greifst nicht so viele alte Sachen nochmal auf. Nee, glaub ich auch nicht. Warum schafft ihr das nicht einfach? Ey, Dog! Hier. Amulett mit Pickaxe kombinieren. Das ist einfach... Das ist so funktionierst du nicht. Das ist nicht... Das ist nicht einfach raten, oder? Ja, hier ist halt... Also... Haben wir das geht nicht mit dem Mase-Code? Hier ist auf jeden Fall eine Barriere, ne? Mhm. Okay. Hmm... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht durch die Bilder halt irgendwie... Also... Es wurde ja irgendwie gesagt, dass wir durch Bilder springen müssen. Ja, aber das kann ja auch noch später kommen. Ich kann durch die Bilder durchgucken. Roter Schuss ist gleich gelber plus orange. Leute, so funktioniert Farbe nicht. Vielleicht ist jede Trap-Dop... Nee, nee, nee. Beide Seiten von der Kellertür stellen und Lacktränke nehmen. Es ist so random, so funktioniert es nicht. Na, deine Stelle würde ich eine rauchen geben. Nee, das denk ich auch nicht. True, same. Amulett in die linke Hand und dann die Axt aus dem Holzblock nehmen. Nein, Jungs. Das ist viel zu fucking random. In dem Raum mit der Axt ist dein Weg. Okay, warte mal. Das war dieses, wo wir nach oben gegangen sind. Das war bei den Öfen, was? Kannst du mich da nochmal hinführen? Ja. Wo bist du? Bei B. Hier. Was für ein Weg? Wo ist hier ein Weg, Minion? Vielleicht, dass ich das... Nee, dass ich das in der Offhand haben muss, ist Bullshit, ne? Was ist, wenn der Aufzugsschlüssel bzw. der Kellerschlüssel im zweiten Obergeschoss ist, wo du das mit den Spinnnetzen machen musst? Äh, das mit dem Spinnnetz ist nicht Obergeschoss, sondern Untergeschoss. Also ich glaube, damit ist... Hm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Meinst du... Oh, warte, 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 warte. Okay, warte, 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 warte. Ja. Ich denk die ganze Zeit falsch. Ich denk die ganze Zeit Untergeschoss. Untergeschoss 1 und 2 sind die Keller, aber das sind die beiden Dinger hier, oder was? Hier befindet... Nee, das ist... Nee, das ist... Nee, nee, mit Untergeschoss 1, 2 ist der Keller gemein. Nein. Das ist hier ein Obergeschoss hier. Nee, never mind. Nee, war dumm, war dumm. Die Wasserflasche blinkt auch ab und zu. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Verzauberung ist. Oder ob ich sonst irgendwas sagen soll. Aber... Von dem können wir auch unendlich nehmen. Ich weiß nicht. Es wurde ebenfalls gesagt, dass Boden locker oder lose sein kann. Und true. Es gibt bei Escape Rooms normalerweise in H-Regel, dass man alle Items nur einmal benutzt. Und deswegen fällt zum Beispiel der Altar weg. Außerdem solltet ihr vielleicht das Rätsel zur Haustür machen und das Amulett erstmal weglassen. Ja. Ihr meint, dass wir vielleicht erstmal das mit dem Haustür-Ding machen sollen. Bro, ich hatte noch eine Idee, ne? Komm mal kurz mit. Ähm... Wo bist du? Warte, ich bin noch hier... Ich hab noch eine Idee. Lass mal zu der Haustür unten gehen, wo wir die drei Glocken gesehen haben. Hm? Die Glocke selber konntest du nicht abbauen auch, ne? Ne. Okay, dann lass mal zu der Haustür gehen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Hier. Okay, kannst du das hier abbauen? Kennste, dann sind wir gerettet und raus. Ne, sonst hätte ich gesagt, dann könnten wir da halt die Glocke betätigen oder so, aber... Ja, dann haben wir es ja geschafft. Ja. Bro, what the fuck? Was denn? Äh, sag ich dir nachher. Lass uns einen Tipp nehmen, Bro. Alright, dann gib uns einen Tipp. Tipp, wir nehmen einen Tipp. Ja, mir wurde gesagt, dass es hier in dem Zimmer irgendwas ist, aber... Man, es muss was mit dem Typen zu tun haben. Schaut euch mal im ganzen Raum genau um. Hier, wird uns gesagt. Hä? Gibt es vielleicht sowas wie einen Hopper, wo wir es reinwerfen müssen oder so? Sorry, ich habe heute Voice Trick City, Alter. Bei mir. Ja, ist gut. Ähm... Guck mal, ob du irgendwo einen Knopf siehst oder irgendwas zu betätigen noch. Irgendwas verstecktes muss hier sein. Vielleicht einen Holzknopf auf einer Holzwand? Komm, ich hätte normalerweise gedacht, guck mal, hier dieses, der. Warum ist die denn? Ja, ja, ja. Die da hinten, ne? Ja, ja, aber da hinten... Oh mein... Nein, lass uns was. Ne, ich habe nur überlegt, unter der Kiste vielleicht, aber... Ne. Oder hinter der Kiste? Hinter einer Kiste vielleicht? Sieht nicht so aus. Vielleicht Decke irgendwo? Knopf auf den Bambus-Dingern. Ah ja! Oh mein Gott, hier ist ein Knopf. Da ist er. Oh mein Gott, aber guck dir mal ganz kurz den Knopf an, Kevin. Guck mal. Oh mein Gott. Wo? Oben. Auf dem obersten ist ein Knopf. Oh mein Gott, das haben wir die ganze Zeit nicht gesehen. Aber ist schon auch krass. Okay, Junge, holy shit. Digga, das ist halt kein Knopf. Oh mein Gott, wir haben einen Schraubenzieher bekommen. Digga, das ist halt einfach... benötige Energie. Ja, ich habe das Amulett reingemacht. Hast du es wieder rausgenommen? Äh... Kevin? Ich verstehe gar nicht ganz. Also ich habe es aufgemacht. Ich habe das... Dann ist es mir gedroppt und ich habe es jetzt wieder reingemacht und jetzt ist es weg. Oder was? Ich habe es jetzt auf jeden Fall, ja. Okay, dann lass es mit dem Schraubenzieher. Ich habe es. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Schraubenzieher. Can break cauldron. Cauldron? Ja. Cauldron. Kann sein, dass Cauldron trotzdem eine andere Textur hat, Bro. Es ist ein Schraubenzieher. Lass lieber überlegen, was ein Schraubenzieher machen kann, als überlegen, wo bist du? Ja, wenn er sagt, can break cauldron, dann müssen wir ein Cauldron suchen. Wo bist du? Ähm, nein, in der Küche bin ich. Kannst du mich abholen? Warte. Aha, Kevin, wusste ich doch. Also du weißt, was ein Cauldron ist mit dem Wasser? Ja, ja, aber vielleicht ist ein Cauldron hier eine andere Textur als ein Cauldron, weißt du? So meine ich. Ja, weil dann würde es auf Deutsch übersetzen. Er hat alles auf Deutsch übersetzt. Warum sollte er jetzt Cauldron sagen? Lass lieber überlegen, was für eine Schraubenzimmer. In meinem Zimmer, in meinem Zimmer, in meinem Zimmer war ein Cauldron. Die Toilette. Okay. Oh, so auf Prison Break angelehnt. Ja. Toilette zerschneiden oder abmontieren, Junge. Na komm, schraub mal, Junge. Komm mal ran hier. Kannst du uns den nurfalls auch geben, wenn es nicht das richtig ist? Mal gucken. Wow. Kevin. Ciao. Warte, ich komme. Boah, Kevin. Halt Luft an, halt Luft an. Boah, stell dir vor, wen würde das bei mir zu Hause machen und das wäre einfach meine Kacke, in der wir schwimmen. Ähm. Ey Bro, du musst dich abschneiden, schnell, schnell, schnell. Warte, weg da, weg da. Den Stahlschneider, ja, wie, weg da. Was ist das denn? So, jetzt, jetzt, jetzt. Uh, uh, uh. Was hast du denn nur gegessen, Junge? Boah! Wui! Junge, wo sind wir jetzt in der Kanalisation? What the fuck? Ja. Bro, das ist ein bisschen spooky hier, Tobias. Ich glaube, wir kommen aber jetzt hier so in den Keller. Ich glaube, das sollte der Keller dann sein, ne? Wie bist du da hochgekommen, Junge? Ähm, Wasser? Hä? Ja, Kevin? Wie bist du da hochgekommen, Basti? Basti, du kannst einfach hier an den Rand hoch. Wo? Hier. Oh. Wir müssen den Strom anschalten, neue Quest. Schalte den Strom an. Oh, meine Maus hat gerade rumgepackt. Ähm. Ja, wo hast du auch was mit dem, äh, mit dem Ding gesehen, mit dem Strom? Also, steht jetzt einfach nur da, aber du hast noch nichts gesehen sonst so, oder wie? Ich hab einfach nur die Quest vorgelesen. Okay. Schau mal, Basti, hier ist wie so ein Loch, ich weiß nicht ganz. Warte, wo bist denn du? Ah, aber meine ich, hier ist nichts? Nee. Bin links neben dem Ding, siehst du mich hier? Ja, hier. Okay, Strom anstalten. Ja, wir haben immer noch das, ähm, Amulett. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Wasser was suchen müssen. Nein, Amulett ist doch abgeschlossen. Amulett war für den, ähm, Kühlschrank. Aber, aber, aber wir haben es wieder bekommen. Dann wär's doch einfach verschwunden, oder? Ja, aber ich hab's halt bekommen, vielleicht ist es auch ein Bug. Ah, ja, kann sein. Äh, schau mal, schau mal, hier, hier, hier. Hier können wir was aufschneiden. Ja, ich guess, also, das können wir, ist häufiger hier. Das, ähm, der, der, äh, Eisenschneider, wie die Schasse hieß, den konnten wir auch nur one time usen eigentlich vorhin, ne? Genau, der ist kaputt gegangen, der ist kaputt gegangen. Okay, okay, okay. Ne, dann kriegen wir... Also hier sind halt überall so Abflussbecken, so, das soll schon so sein. Ja, okay, okay, ja. Basti carry big. Bro. Wie, äh, in wie weit? Basti, kannst mich da hinführen? Ja, okay, damit kippst du, ja, okay, ich kann mich null orientieren. Mann, darum geht's jetzt auch nicht. Wir sind ein Team, alright? Und wir sind auch im Team, manchmal. Oder ich weiß nicht, was wir da oben irgendwas machen? Ja, aber ich denke mal... Huch. Ähm. Hm. Weil ich knöpfe... Die Wasseraufzüge hoch. Kommen wir wieder raus? Nee, die sind halt jeweils hinter den Gittern. Kommen wir wieder da hin, wo wir waren? Ja. Ja. Kommen wir. Wir können durch die Toilette wieder raus. Wir kommen aus der Toilette auch wieder raus. Boah, Digga, es ist so dunkel, Junge. Ich seh überhaupt nix. Ich glaub, ich mach Slyly Hellerfield streamen. Ja, ich hab auch auf 15 gemacht. Warte mal, wir sind ja jetzt im Untergeschoss 1. Aufzugsschlüssel ist gleich Kellerschlüssel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht ein Knopf an der Wand ist oder so. Du kannst halt hier einen Blackstone-Knopf richtig gut verstecken. Schaltet den Strom an, dann könnt ihr euch Pack-A-Band holen. Bitte will ihn für den Stream sehr, auch wenn ihr lange stoppt. Top, danke für den Tipp, Digga. Meinst du jetzt irgendwo ein... Warte mal, schaltet den Strom an. Schaltet den Strom an. Was ist denn... Okay, lass mal kurz nochmal an die Seiten gehen und hier hoch springen. Was genau solltest du hier oben darstellen? Da hast du einen Knopf, oder? Nee. Wo? Nee, ich dachte... Das soll einen Ofen darstellen. Ja, aber dann... Wie macht man den Strom an, Bro? Okay, meine Überlegung war, vielleicht müssen wir nochmal nach oben und oben was machen. Das war meine Überlegung? Hm? Warte mal, ich sag mal mit 5 gucken oben. Schau mal im Wasser auch, bitte. Wenn im Wasser einen Block wäre, würden wir den sehen, oder? Ja, denke ich schon. Also hier ist halt dieses Abflussrohr. Irgendwie sieht es aus, als müssten wir hier was machen. Streamer, Streamer, was ist los? Oh, grüße, danke für den Haus. Danke, Broski. Kuss, kuss. Dickes Pogger in den Chat, jetzt für den Boy. Und dickes Pogger in den Chat, yo. Jeff, wir spielen gerade einen Minecraft Escape Room, der extra für uns gebaut wurde. Und es ist fucking schwer. Wir sind gerade in den Keller gekommen und müssen den Strom anschalten und wir haben keinen Plan, wie wir es machen. Das ist... Also meine Vermutung irgendwie ist das ein Knopf an der Wand. Du meintest, dass es Knöpfe in dieser Wand-Opte gibt, ne? Ja. Gibt es. Das wird einfach auch echt meinen. Der Ofen, vielleicht befeuern, dass der Ofen der Stromgenerator ist. Ja, aber wir haben hier nichts zum Öffnen, außer die, ähm, die, wie heißt die, ähm, die Ambosse. Aber bei denen ist nichts. Denk mal so ein bisschen, vielleicht kommt man nicht hier hoch, guck mal. Das ist kein machbarer Sprung. Bro, hier ist eine Kette, kann man nicht an Ketten sich hochziehen? Ne. Ne, ich dachte... Was ist kein machbarer Sprung? Hier, wo ich bin, guck mal oben. Ja, und dann? Das Ding hier oben. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Was willst du machen? Ich will eigentlich... Warte, wenn ich jetzt hier zur Seite... Habe ich da auch überlegt. Jemand meinte, dass wir das Amulett oben auf den Generator werfen müssen. Aber ich will... Ich habe Angst, dass wenn dann da liegt, dass das weg ist. Wir müssen mehr nach oben vielleicht gucken. Vielleicht ist oben irgendwas über uns. Guck mal, jetzt hier, wenn du jetzt hier stehst, ist hier irgendwas. Oh, ja, warte. Ja, warte, 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 ich sehe, was du siehst. Ich komme kurz zu dir, Bro. Ey, wenn du in Wasser bist, siehst du ziemlich genau alles. Also so mega hell den Raum. Ja. Vielleicht können wir das abusen. Imagine Kevin löst ein Rätsel ohne Hilfe. Bro, ich habe mega vier Stunden gelöst ohne Rätsel. Äh, ohne Hilfe. Bro, es sieht aus, als könnte man da oben drauf laufen. Was los? Hier sind Ranken. Hier sind Ranken. Man kann hier einen Jump'n'Run machen. Oh mein Gott, let's go. Wo ist der Start? Ja, da sind, das sind die einzigen, die an. Ja, da muss man hier hoch und dann runter droppen. Ach mein Gott. Das musst du machen, Basti. Ich glaube, das kann man schaffen. Hier, ich leuchte dir. Ich leuchte dir den Weg. Ach so, der, okay. Aber der war gut, der war gut. Warte, warte, ich leuchte wieder für dich. Ja, mach mal. Hier. Bro, ein bisschen zur Wand noch. Warte, warte. Kann keine Corpus platzieren wahrscheinlich, ne? Ich glaube, du musst es machen in dem Moment, wo du nach oben gedingst wirst durchs Wasser, oder? Ich glaube, da kommst du ein Stück höher. Warte, Knopf, Knopf, Knopf links. Leute sagen, Knopf, Knopf links. Ja, safe. Aber da wird irgendwo ein Knopf sein, aber an den kommen wir nur dann ran. Vielleicht muss es hier anfangen. Knopf, Knopf links. Leuchte mir mal auf der anderen Seite. Knopf in der Ecke. Warte, 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 warte. Wo habt ihr den Knopf gesehen, chat? Come on. Beim Ofen links. Na, safe Lüge, dude. Wir haben ja auch ultra viele. Safe bait, bro. Safe fucking cost bait. Kannst du mir nochmal hier ganz kurz leuchten auf der anderen Seite? Warte, ich will kurz wissen, wo das ist. In der Ecke. In einer Ecke unten. Ja, gleich passt. Ich werde das kurz checken. Ist das ein Knopf? Unten rechts, da war es doch. Seid ihr irgendwie auf Cracker oder so? Wo? An der Wand? Kevin, komm mal her. Ich glaube, ich weiß, wo. Aber das ist also... Komm her. Ja, wo bist du? Hier. Ja. Du siehst nur hier durch. Okay. Und dann? Rechte Seite. Dann guck mal, dann ist einfach so ein kleines Viereck, was da so durchstimmert. Aber wie so ein kleines Loch. Das ist ein kleines Loch, wenn du ranzoomst. Oder so, ja. Kannst du mir mal hier an der rechten Seite zeigen, wo hier die Ranken sind, wenn ich oben bin? Kannst du mir das mal hier beleuchten? Jemand meint unten an der Lampe. Aber ich glaube, Shadow lügt einfach nur rum die ganze Zeit. Äh, ja, die Ranken leuchtet nochmal. Ja, auf der anderen Seite. Die anderen Ranken. Also, hier sind auch welche. Okay. Guck gesehen. Wo sind die hier? Sind hier nicht oben welche? Ich glaube, oben. Ja, oben sind welche. Unter der Lampe beim Ofen. Boah, Digga, dieses Wasser nervt mich so unnormal. Unter der Lampe beim Ofen. Leute, das ist die Textur von der Lampe. Hier unter der Lampe, das meinen sie. Die Leute meinen, dass das hier ein Knopf ist, glaube ich. Aber, lol, du kannst da einen Jump Run machen. Ja, aber wie? Und hier auf die Lampe jumpen? Ja. Oh mein Gott. Ja. Und dann? Aber von hier geht's nicht weiter. Hier ist der Ranken. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Okay, okay. Und dann von hier, wo weiter? Warte. Oh, dank uns später. Dicker, ihr habt einen Scheiß getan, Chat. Er hat uns angelogen und Basti hat durch die Lüge den Weg gefunden. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Oben an der Decke? Ne. Ich glaube, jetzt vielleicht... Jetzt, guck mal, da drüben sind da noch weitere Ranken. Warte mal, vielleicht jetzt von hier... Hier unten ist auch noch einer? Ne, ich glaube, du musst von dort jetzt auf das Ding hier springen, oder? Das ist zu random irgendwie. Ne, ich glaube, das kann gehen. Warte mal. Schau mal. Also hier drauf. Das ist schon ein bisschen random, ne? Also hier sind auch Ranken. Schau mal. Ah, Basti, pass auf. Wir müssen hier, glaube ich. Hier hoch. Und dann müssen wir hier... Pass auf, hier müssen wir drauf laufen. Auf diesen, ähm, hier. Schau, das hier. Ja, ich glaube... Aber ich weiß nicht, wie man da raufkommt. Ich glaube, da kommst du noch nicht hin. Ja, aber das ist jetzt so meine Vermutung hier. Ja, hier. Guck mal, hier kannst du rauf. Guck mal, so. Oh mein Gott, let's fucking go. Ah, und jetzt kannst du... Hier, guck mal. Hier ist die Tür, hier ist die Tür, hier ist die Tür. Ja, auf der anderen Seite auch. Ich glaube, dass wir jetzt hier... Schau mal, hier waren jetzt noch Ranken. Ja, genau. Ich geh mal an der Seite. Wahrscheinlich müssen wir den Knopf irgendwo in der Ecke finden jetzt hier. Okay, also entweder bin ich dumm, oder hier ist nichts. Oder wir nehmen einfach den Knopf über der Tür. Hier links. Okay. Das ist ein guter Qual mit der Tür. Erwartete Energiezelle. Ja, erwartet es dann wieder das am Elektrischen? Erwartete Energiezelle. Erwartete. Erf mal nur durch. Komm, geh mal unten. Was ist das? Du kannst hier nicht zurück. Ja, ist nicht schlimm. Dann ist es gewollt. Ach so. Die wird es nicht sein. Der Generator wird rebooted. Ich kann es auch nicht wieder rausnehmen. Das ist jetzt stuck. Der Generator, der Generator. 4. 4. Wow. Hier ist der Aufzug. Aufzug. Okay, dann rein. Ein Weg in den Personalbereich. U2. Wie wird man die? Drauf klicken. Ingame? Also im Chat oder was? Ingame. Geh rein. Ja. Und dann? Eigentlich auf U2 drücken. Vielleicht können wir nicht U2. Müssen wir es vielleicht eingeben? Nee. Er hat es schon mal so gemacht. Du musst eigentlich im Chat darauf klicken. Okay. Aber vielleicht triggern wir das gerade zu schnell. Ich mach nochmal. Komm mal hier rein noch. Lass es nochmal rausgehen. Wir gehen nochmal rein. Oh! Ähm. Was ist passiert? Ähm. Ich wurde gekickt vor Spamming. Oh. Okay, warte. Ich bin wieder da. Moment. Wir haben Aufzug oben. Aber das ist... Basti macht wie immer. Alles sind Eva ja gewohnt. Hm. Bla bla bla. Hör ich da nur. Ich hatte nur cry, cry, cry. Du hast auch OP, glaube ich. Ich hab nur OP. Hab dir mal OP gegeben. Okay. Du hast eigentlich. Probier du nochmal eigentlich. Also versuch du einfach mal. Manche die ganze Zeit auch. Was haben wir denn noch in der Etage? Vielleicht müssen wir es einfach nur noch nicht machen. Aber der Strom geht ja. Ja, ne. Stimmt schon. Und wir können nicht wieder zurück. Ist ja kein Zufall. U2 schreiben mit Klammern. Ne, ne, ne. Ja, es sollte eigentlich gehen. Also es ist das Richtige, dass wir jetzt mit dem Fahrstuhl fahren müssen. Okay, ja. Es kommt ja auch irgendwie das... Also irgendwas muss ja passieren. Weil wenn ich das spamme, hätte ich vom Server gekickt. Du kannst das Objekt noch nicht trinken. Du kannst das Objekt noch nicht trinken. Kommt dann. Aufzugsschlüssel ist vielleicht Kellerschlüssel. Meine Gäste beschweren sich. Ne, ich glaube, das ist ein Bug. Hat der Guy gerade, den du meintest, hat dir gesagt, dass es nicht geht? Ja, ja. Der mitgebaut hat. Okay, aber dann, was machen wir jetzt? Sind wir jetzt stuck hier? Oh, das sieht so aus. Oh, nein. Nein. Das ist sad, Bro. So, das haben wir... Guck mal ganz kurz. Komm mal mit... Also ich will jetzt nicht den Vibe geben. Komm mal mit... Ja, ne, ne. Alles gut. Das hat er hier auf dem Server auch verbaut. Guck mal mit. Also die Lobby hier ist auch von dem Sam-Ersteller. Ja. Und ich zeig's dir ganz kurz. Ja, ja, mach ich. Guck mal, das ist so. Guck mal rein hier. Ja. Und jetzt, ähm, siehst du die Abfrage? Genau, und so läuft das dann. So müsste es normalerweise sein. Triggert selected floor set value to... Können wir das über den Comment triggern? Ja, das ist ein guter Call. Kann uns jemand vielleicht den Comment geben? Lass uns auf den Server gehen. Äh, join auf den Server wieder. Ja. War schon da nochmal, was die gerade im Chat? Ich google mal. Ähm... Ja, triggert floor, irgendwas. Keine Ahnung. Wir können auch in Game 3 hochfliegen. Also, I don't know. Aber ich würde ungern jetzt in Game 3 hier durchfliegen, mich spoilern lassen. Ja, save. Äh, mach einfach slash trigger, dann sollte er auto-complete. Trigger. Selected floor. Z. 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 Zwei. Komm ich hier rein? Ja, bin. Mach U2 vielleicht. Warte, vielleicht musst du das erst anklingen. Ne. Das geht einfach nicht. Oh, warte jetzt. Ich hab... Stell dir vor, ich fand das gerade in deiner Lobby beim Hub und steht da gerade drin und ich fahr den die ganze Zeit hoch und runter mit den ganzen Sachen, die ich da eingebe und ich lese dich nur so, what the fuck, Alter. Was passiert hier? Ja, man muss jetzt auf eine Zahl. Ist die Zahl 28 oder 27? Ich hab' mich grad wie ein Hacker, Bro. Das ist niemals, was ich gerade mache. Ja, ey. Aber du musst nach Selected Floor, musst du danach noch Set machen. Dann wird da ne Zahl. Warte mal, warte mal, warte mal. Unterstrich Floor Set, was steht da? Incorrect argument for comment in position, 27. Floor Set. Geh' mal raus. Hier. Äh, warum? Vielleicht geht's, warte mal, wenn ich drin bin. Ich glaube, wir brauchen den Namen von den Dingen. Ne, wenn das schon Auto vervollständigt wird, dann ist es schon so richtig. Der hat das mit derselben Technik gemacht, der wird nichts anderes gemacht haben. Ah, feels fucking bad, Bro. Integer heißt, äh, ich hab's wieder nichts für den Integer. Geh' mal kurz durch, wir sind bei 3200 und minus 2731. Wenn einer, ähm, vielleicht jetzt mal im Sing, also, weiß nicht, die Leute, die die Map haben. Ihr könnt euch ja mal ganz kurz an der Stelle tippen und uns einfach die Calls sagen. Bro, wir fliegen jetzt einfach runter, Basti. Komm her. Nein, stimmt nicht. Wir machen einfach die Augen zu. Ne, Brudi, wir kriegen gleich Koordinaten durchgesagt und tippen wir uns einfach zu den Koordinaten. Das ist doch viel besser. Ja, warte. Meinst du, das dauert nicht übel lange? I don't know. Dauert das lange? Leute. Leute, es hat nichts, ähm, es sollte... Komm, ich mach's. Ich mach's für dich. Okay, come on. Nein, ich mach's für dich. Ich mach's für dich. Ich mach's. Ich mach's. Change my game mode. Los, do it. Pussy. Ich mach's. Okay. Wo bist du hingegangen? Ich muss runter, ne? Weiß ich nicht, ja. Denk ich mal. Ne, nach oben. Wir sind in 4. Wir sind in 4. Aber du musst doch... Ja. Und U1 ist dann halt weiter oben. Wo wollen wir jetzt? Also ich würde sagen, wir müssen nach oben. Wir müssen... Weiß ich nicht. Nein, Leute. Minus 2. Das läuft so nicht. Wir sind in U4, oder? Deswegen steht doch hier die 4. Ja, natürlich. Und wir müssen nach oben. Gib mir mal auf, Spectator, Bro. Ah, das ist ärgerlich, du. Ja. Du musst U2 schreiben. Nein, stimmt. Muss ich nicht. Das ist ne Integer. Da muss ne Integer stehen anscheinend. Ah ja, stimmt. Expected Integer. Das ist ne ganze Zahl. Hab dem Informatik oder nicht richtig aufgepasst, Jungs? Leute, es hat nichts damit zu tun, dass U3 kaputt ist. Äh, gib mir mal auch die, äh, Dings. Die Rechte. Also eure Entscheidung, aber ich würde euch nur sagen, dass ich mir wahrscheinlich noch... Ja, Leute. Es geht ja nur darum, dass wir den... Ah. Wir wollen doch einfach nur die Chords haben. Die Chords für... Ja, wo wir normalerweise mit dem Fahrstuhl hinkommen sollen. Wir müssen nach unten. Nach oben geht's nicht. Pass auf, ich sag dir, wo wir müssen. Ja, aber wir machen's morgen weiter. Lass halt morgen weiter... Oder lass uns halt die Tage weiter... Ah, ne, es ist... Es gibt keine richtigen Fahrstuhl. Ja, okay, okay. Es ist nicht halt drunter einfach gebaut, sondern es ist irgendwo gebaut einfach. Ja. Ja, sonst müsst ihr das mal anders halt auch machen. Das geht auch. Ja, denke auch. Ja. Lass jemand zur Etage U2 und dann könnt ihr euch hin tippen. Ja, das ist ja der... Das ist ja der Hintergedanke. Ich dachte, das ist ja jemand einfach mal. Da schreiben mega viele, dass wir zu X274, Y44 und Z211 sollen. Aber ich hab das Gefühl, das ist die größte Lüge überhaupt. Und Leute schreiben es einfach nur so. Ey, die schreiben es einfach nur so. Woher sollen sie es wissen? Glaube ich auch. Ne, ich will mich jetzt auch nicht krass spoilern lassen. Ich hab auch nichts gesehen hier außer Redstone-Stuff. Ja. Ah, das ist schade, Mann. Aber passiert, I guess. Ich sag dir so, die Map geht noch eine Weile, ne? Ja. Ich meine, noch was machen wir nächstes Mal Weile. Das wird ja alles gespeichert, oder? Ja, natürlich. Das ist alles noch da. Haben nachgeguckt im Creative, der Lift bugged. Ist richtig do it. Wollen wir es einfach mal machen? Komm mal, dann schreiben uns so viele Leute. Kann man die Web wirklich runterladen? Kann sein, dass er es released hat, aber... Was muss ich denn eingeben, um mich zu den Koordinaten zu... Sag mir die Koordinaten. Okay. X 274. Mhm. Y 44. Mhm. Und Z 211. Ja, ist fake. Aber das, wir haben hier nichts vergessen jetzt, oder so, ne? Nein, das hat nichts mit dem Ding zu tun. Okay, okay. Ja, dann scheiß auf. Dann lass uns morgen weitermachen. Fuck it. Alright. Fuck it. Ein bisschen unter das Falling, aber ist jetzt so. Scheiß auf. Ähm, die Map wäre so oder so noch wahrscheinlich über zwei Stunden jetzt gegangen. Ich hab meine Taschenlampen verloren. Also ich weiß jetzt nicht, ob... Du musst Adventure Mode gehen. Warte, ich geb dir eine neue. Ich hab mir ne Fache genommen. Oh, gut. Du musst Adventure Mode, du musst Adventure Mode geben, nicht Survival. Danke. Also ich kann dir eine geben. Feels bad, dude. Ist es nicht zufällig da unten? Ja. Und da unten zufällig zwei Taschenlampen. Nein, da liegen 63. Ich hab dir der eine denke. Ah, okay, okay. Danke, Bro. Okay, ja, fuck it, Bro. Fuck it. Was haben wir für den Tag? Ist Mittwoch? Ja. Ähm, dann machen wir einfach am Samstag weiter. Samstag? Ich kann morgen leider keinen Bonus... Ah, nee, wird's schwierig, Bro. Nee, ich hab morgen auch Special. Okay. Ja, wir gucken. Wollen wir noch Rocketing spielen oder ist es zu spät? Nee, lass machen. Alter, das ist gut. War jetzt, ob wir jetzt... Also wir hätten jetzt ja auch... Du hättest ja jetzt auch irgendwann nach zwei jetzt auch gesagt. Wir spielen nicht mehr, oder? Ja, okay, true. Vielleicht ist es auch ganz gut so von der Uhrzeit her. Bro, das Ding ist, ich hab kein Problem, dass wir jetzt aufhören. Und es ist nur ein bisschen unsatisfying gerade, dieses Ding, weißt du? Kühle, aber wir hätten es heute so oder so. Aber... Ja... Wir hätten es eh nicht heute geschafft. Scheiß auf. All, all good. Fuck it. Wir machen einfach jetzt Rocketing. Let's go. Ähm... Aber, sei mal ehrlich. Geil, oder? Ja, übergeil. Holy shit. Bro, dass du ein, zwei Sachen fangen oder so, Dicker juckt. Scheiß auf. Ey, das ist halt... Ist halt Community-Made. Ich find's halt ultra krass. Die haben es über krass gemacht. No joke. Sorry, Chef. Ich hab ein bisschen viel gesehen hier gerade von meinem Oberkörper. Hi, Bro. Jetzt schön ein paar Leute anschreien. Ingameig. Ich freu mich. Let's go. Okay, warte. Ich hol kurz so was Kleines zu treten. Oder eigentlich was? Hi, Bro. Ja. Ja, man. Welchen Rank hast du in Duos? Hast du Duos gespielt schon? Oder machst du... Nee, nicht wirklich viel. In Duos bin ich Platin 1. Okay.